Wir fangen gleich an. Wir warten noch ein paar Minuten und dann fangen wir gleich an. Okay, also ich habe das grüne Licht bekommen. Willkommen, dass Sie hier sein können. Alle bei dem schönen Wetter ist man nicht unbedingt geneigt in einem Gebäude zu sein. Es ist natürlich sehr schön draußen zu sein und dass Sie trotzdem gekommen sind, das ist toll. Wir haben auch eine ziemlich große Beteiligung online und die begrüße ich auch alle. Ich kann sie nicht sehen, aber angeblich sind es deutlich mehr Leute, die sich online zugeschaltet haben, als die, die hier im Saal sitzen. Aber wir haben schon eine prima Anzahl von Menschen hier. Also, diese Veranstaltung wird organisiert von Stop Ecocide Deutschland, der Deutschen Gesellschaft der Vereinten Nationen und der Heinrich-Böll-Stiftung. Und es geht um internationales Recht zum Schutz der Natur, notwendig oder machbar. Mein Name ist Henry Neufeld. Ich bin Abteilungsleiter für Anpassung und Evaluierung beim Kopenhagen-Klimazentrum. Das gehört zum Umweltprogramm der Vereinten Nationen dazu. Und wer sich mit Klimawandel beschäftigt, ich gebe diese Adaptation Gap Reports heraus, die jedes Jahr für die Klimaverhandlungen von einiger Bedeutung sind. Ich bin gebeten worden, diese Veranstaltung zu moderieren, obwohl ich selber von Recht sehr wenig verstehe. Ich arbeite halt im Klimawandel und als Forscher. Und ich habe das aber für Stop Ecocide International schon ein paar Mal gemacht während der Klimaverhandlungen, dass die mich eingeladen haben. Und ich habe diese Veranstaltung moderiert und fanden das wohl ganz gut. Und mal sehen, ob ich das jetzt auf Deutsch so gut hinbekomme, wie ich das sonst auf Englisch mache. Also ich bin ganz froh, dass ich diese Veranstaltung moderieren kann, weil das Thema Klimakrise und die Naturzerstörung ohne Besserung und Schutz nicht gelöst werden können. Und wir laufen Gefahr, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Die Artenvielfalt wird reduziert, Biodiversitätsverlust. Und diese Fragen zu beantworten und dafür Lösungen zu finden, dafür reicht internationales, diese allgemeinen Abkommen häufig nicht aus. Und hier jetzt das Recht mit dazu zu bekommen und stärker auch die Verantwortung vor Gerichten einklagen zu können zum Thema Naturschutz. Und um auf diese Weise auch Klimawandel, die Biodiversitätsverlust einklagen zu können. Das ist etwas, was schon enorm wichtig ist. Und wir hören dazu jetzt gleich von der Imme Scholz noch mehr. Die wird uns zu diesem Thema eine Einführung geben. Und dann hören wir anschließend von Christina Vogt, die ist Professorin für Rechtswissenschaften an der Uni Oslo. Die ist zugeschaltet und wird uns zum Thema Ökozid und Rolle des Rechts noch mehr erzählen. Und dann haben wir eine Podiumsdiskussion. Die wird in drei Teile aufgeteilt, in drei Themenblöcke. Und anschließend gibt es Möglichkeiten zu fragen. Und dann gibt es noch eine Schlussrunde. Und hoffentlich haben wir dann alle etwas mehr verstanden von dem Thema, das, ich glaube, doch recht kompliziert ist. Aber als erstes lade ich mal die Lot-Immes-Scholz ein, hier zu kommen. Sie ist Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und gibt uns einen thematischen Einstieg zum Titel Relevanz einer einheitlichen und autoritären Formulierung des Ökozids im Rome-Statute. Weltrechtsprinzip und rechte Natur ist das. Ich hoffe, dass das das Thema ist, aber es klingt sehr kompliziert. Ich sage noch ein paar Worte, bevor sie, die Imme Scholz ist seit April 22 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Sie hat an der Freien Universität Berlin Soziologie, Politikwissenschaften und evangelische Theologie studiert und dort 1999 zum Thema ökologische Anforderungen an Tropenholzexporte, Anpassungsfähigkeit von holzexportierenden Unternehmen in Ostermationen promoviert. Dann war sie 30 Jahre lang beim Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, zuletzt als stellvertretende Direktorin, wo sie sich mit Fragestellungen aus den Bereichen Klimawandel, Umwelt und nachhaltige Entwicklung beschäftigt hat. Imme war zudem von 2013 bis 2022 Mitglied und ab 2019 auch stellvertretende Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung. Des Weiteren war sie Co-Vorsitzende der Independent Group of Scientists und hat dem Bioökonomierat sowie dem Deutschen Komitee für Nachhaltigkeitsforschung angehört. Und so geht das weiter und jetzt gebe ich mal an Sie weiter, sonst rede ich zu lange. Ja, vielen Dank Henry für die Vorstellung. Also viel Nachhaltigkeit, viel Forschung und jetzt viel Politik näher hier in der Stiftung und das wird auch diese Veranstaltung hier zeigen. Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion zur Frage, wie das internationale Recht zum Schutz der Natur, also zum Schutz unserer aller Lebensgrundlagen, wie du sagtest, besser genutzt werden kann. Und ich freue mich auch sehr, dass wir für diese Veranstaltung kooperieren können mit der DGVN und mit StopEcoSite Deutschland. Also Hintergrund dieser Fragestellung, die wir jetzt vor uns haben, ist eine dreifache Analyse. Zum einen, also drei Dinge eigentlich. Das eine ist, dass wir in einem Zeitalter der sogenannten Polykrise leben, also wo wir sehen, dass vielfältige zerstörerische Umweltkrisen, wie die globale Erderhitzung, der massive Biodiversitätsverlust verflochten sind, mit wachsender globaler Ungleichheit und Ungerechtigkeit, mit Flucht- und Migrationsbewegungen, mit den Krisen der liberalen Demokratien und auch des Multilateralismus. Wir sehen, dass diese Krisen zusammenhängen, dass sie einander bedingen, beeinflussen, dass es notwendig wäre, sie auch gemeinsam deswegen zu bearbeiten, aber wir sehen auch, dass das leichter gesagt als getan ist. Das sehen wir ja nicht nur in den Ländern des globalen Südens, das sehen wir auch ganz konkret in Deutschland und Europa. Zum Zweiten, wenn wir uns anschauen, die internationalen Umweltabkommen, also Klimaabkommen wurde jetzt schon genannt, oder das Global Biodiversity Framework, wir sehen, dass es kaum gelungen ist, Verpflichtungen, aufgrund dieser Abkommen, Verpflichtungen, tatsächliche Verpflichtungen zum Schutz der Natur zu beschließen oder zum Schutz der Lebensgrundlagen. Und vielmehr setzen wir global zunehmend auf Selbstverpflichtungen der Länder. Und das ist ja was anderes, als ein Mechanismus zu beschließen, von dem zwingend abgeleitet werden kann, was jetzt die konkreten Pflichten für Veränderung einzelner Länder wäre. Und der dritte Faktor, den ich sehr wichtig finde, ist, dass wir ja jetzt in einer Zeit leben, wo demokratische Ordnung, demokratische Institutionen und auch die internationale Zusammenarbeit von rechtsextremer Seite unter Druck geraten. Die Wissensgrundlagen, von denen wir ausgehen, um die Umweltkrise zu diagnostizieren, werden infrage gestellt, werden in Abrede gestellt. Und das ist nochmal, also die Schwachheit der multilateralen Abkommen oder Verpflichtungen, die haben wir auch ohne Demokratie in der Krise festgestellt. Aber jetzt kommt eben diese grundsätzliche Infragestellung der Grundlage, auf der wir handeln, auch auf der Recht definiert wird und Recht durchgesetzt werden soll, das kommt noch dazu. Trotzdem, trotzdem stellen wir die Frage, ob es neue rechtliche Instrumente und Ansätze gibt, um diese globalen ökologischen Krisen einzudämmen, weil wir auf der Grundlage stehen, dass Demokratie wichtig ist und Recht von Demokratie abhängt und auch stark gemacht werden kann und ein wichtiges Instrument ist, um diese Situation zu verändern. Und die Podiumsdiskussion wird super interessant. Wir hatten eine Vorbesprechung, also unsere Rechtsexpertinnen, die da gleich mit uns da vorne sitzen werden, die werden uns das, glaube ich, sehr, sehr gut erklären. Ich wollte betonen, warum ich denke, dass es drei Konzepte gibt, die aus meiner Sicht die Situation verändern können und Recht tatsächlich wehrhafter machen können. Das sind diese neuen Konzepte wie das neue Menschenrecht auf eine saubere und gesunde Umwelt, das Konzept von den Rechten der Natur, also nicht Rechte des Menschen, sondern in diesem Fall Rechte der Natur, die die Natur als solche hat und dann eben auch das Konzept des Ökozids, also in Analog zu Genozid, Völker werden getötet, ausgerottet, ganze Ökosysteme werden zerstört. Diese drei Konzepte sind unterschiedlich, aber sie stehen in einem Verhältnis zueinander und sie ergänzen sich auch. Das Menschenrecht auf Umwelt wurde 2022 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf Vorschlag des Menschenrechtsrats beschlossen. Das passiert sehr selten, dass dieser Katalog so erweitert wird. Und dem sind auch umfangreiche Diskussionen und auch konzeptionelle Vorarbeiten vorangegangen. Und diese Überlegung und dann das zweite Konzept, also von den Rechten der Natur geht von der Überlegung aus, dass eben Natur selbst an sich Rechte haben könnte, also beispielsweise ein Flusssystem oder ein Wald. Das heißt, diese Überlegung stellt nicht mehr den Menschen ins Zentrum, sondern sie spiegelt eigentlich die Einsicht, dass jegliches Leben, also auch das Menschliche, ohne Ökosysteme und ihre Kreisläufe nicht existieren kann. Das heißt also, es wird nicht mehr menschenzentriert überlegt, sondern lebenzentriert. Das heißt, auch menschliches Leben steht in Abhängigkeit von anderen Lebensformen. Das ist eine Vorstellung, die gibt es in indigenen Kosmologien, das gibt es auch in dem Konzept von Gaia, ist das eigentlich enthalten. Das ist ja ein wissenschaftlich fundiertes Konzept. Und ich glaube, dass das gerade aus Rechtsperspektive wichtig ist, dass eben das Rechtssubjekt Mensch oder auch menschliche Gesellschaft nicht denkbar ist, ohne andere Lebensformen, von denen es abhängt. Deswegen ergänzen die Rechte der Menschen und der Natur einander, weil sie voneinander nicht getrennt denkbar sind. Also die Natur ohne Menschen auf jeden Fall. Die Natur braucht uns nicht. Aber in dieser Situation braucht die Natur, dass die Rechte des Menschen eingeschränkt werden und nicht grenzenlos gedacht werden. Und da ist es eben wichtig, auch zu verstehen, dass der Faktor Zeit bei Umweltzerstörung ein ganz zentraler Faktor ist. Und wir denken aber Menschenrechte eigentlich zeitlos. Wir denken, sie sind unabhängig, auch von historischen Momenten oder von gesellschaftlichen Verfassungen. Aber wenn wir über das Verhältnis zwischen Menschen und Umwelt, oder eben nicht Umwelt, sondern Natur nachdenken, anderen Lebensformen, dann wird der Faktor Zeit ganz zentral. Uns läuft die Zeit davon durch die Klimaerwärmung. Aber vielen anderen Arten eben auch. Und deswegen ist aus einer, wenn man das jetzt, also Rechte der Natur, aber auch das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt zusammendenkt, dann wird der Faktor Zeit ganz zentral. Und deswegen ist es in unserem Interesse, dass das auch scharf gestellt wird. Und deswegen kommt jetzt auch das Konzept des Ökozids dazu. Also großer Umwelt, das ist versucht, große Umweltverbrechen zu beschreiben. Also Verbrechen, die entstehen, weil nachlässig gehandelt wird, weil willkürlich gehandelt wird, also weil auch absichtlich umweltzerstörerisch gehandelt wird, solange das zulässig ist durch andere Gesetze. Und Beispiele, die ich jetzt nennen möchte, sind einmal beispielsweise der Zusammenhang zwischen dem massiven Einsatz von Pestiziden, die Zerstörung von Lebensgrundlagen für Insekten und damit auch von Vögeln oder der Einsatz von Agent Orange im Vietnamkrieg oder eben auch der Bau des großen Staudamms von Belomonte in Amazonien, das einen der letzten großen Flüsse blockiert hat und massive Auswirkungen auf das Flusssystem hatte, auf die dort lebenden Organismen, aber auch auf die Menschen, die dort leben, die indigenen Gemeinschaften wie auch die nicht indigenen Gemeinschaften. Und analog jetzt zum Menschenrecht auf Leben, das durch die Strafbarkeit von Mord geschützt wird, schützt eben, kann das Menschenrecht auf eine gesunde Umwelt vor Umweltzerstörung in diesem Format schützen, wenn es eben verknüpft wird mit dem Konzept des Ökozids. Und wichtig ist, dass das Ökozid überall rechtlich verfolgt werden kann und dafür, das ist die Überlegung, aber meine Kollegen werden das noch deutlicher machen, muss es eben Teil des Völkerrechts werden, damit es grenzüberschreitend angewendet werden kann. Die globalen ökologischen Krisen werden an vielen unterschiedlichen Orten verursacht und die Folgen treten aber häufig an anderen Orten auf. Aber es geht auch um das schiere Ausmaß, dass Ökozide haben können und wo es eben wichtig ist, es auch global als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgen zu können. Und eine andere Überlegung ist eben auch, dass dies vielleicht auch die nationale Gesetzgebung also eben präventiv vorantreiben könnte. Ich wünsche uns allen eine spannende Veranstaltung, gebe zurück an Henry Neufeld. Vielleicht wollt ihr alle gleich nach vorne kommen. Ihr könnt dann hier über den Monitor verfolgen, was uns Christina Vogt gleich erzählen wird. Also Christina wird etwas zum Ökozid und der Rolle des Rechts beitragen, das noch weiter erfassen und da so auf zugängliche Weise für sie im Publikum eine legale Definition auch vorstellen. Und Christina ist Professorin für Rechtswissenschaften an der Universität Oslo, also Norwegen. Sie ist in eine international anerkannte Expertin für Umweltrecht und lehrt, spricht und publiziert viel zu Rechtsfragen des Klimawandels, des Umweltmultilateralismus und der Nachhaltigkeit. Sie war zudem Mitglied des Expertengremiums, das eine rechtliche Definition des Ökozids als potenzielles internationales Verbrechen erarbeitet hat. Von 2009 bis 2018 arbeitete sie als leitende Rechtsberaterin der norwegischen Regierung bei den UN-Klimaverhandlungen und verhandelte das Pariser Abkommen und sein Regelwerk mit. Und dann gibt es einen Haufen weiterer Dinge, die ich noch über Sie sagen könnte, aber im Sinne einer schnellen und damit wir hier vorankommen, auch weil die Zeit uns davonläuft. Christina, bitte. Danke. Danke, Henning, für die nette Vorstellung. Und erst mal herzlichen Dank an die Heinrich-Bölsch-Stiftung für die Veranstaltung und natürlich auch für die Einladung. Ich wäre sehr, sehr gerne persönlich dabei. Ich sitze allerdings momentan gerade hier in Bonn, nicht so weit weg von Ihnen, aber leider eben nicht in Berlin, weil ich hier in Bonn zu einem UNO-Meeting eingeladen bin und hier sein muss. Nun, ich bin gebeten worden, über die Rolle des Rechts zu sprechen und die Brücke zu schlagen zum Ökozid. Ich habe natürlich gerade auch Frau Dr. Scholz zugehört in ihrer Erklärung, was denn das Ökozid ist. Ich versuche das ein bisschen zu vertiefen und ich stimme natürlich der Erklärung zu, die Sie bereits gehört haben. Aber erst mal ganz kurz zur Rolle des Rechts überhaupt. Es gibt natürlich, wenn es um Umweltschutz geht, viele verschiedene Ansatzpunkte. Da ist die Wissenschaft, da ist die Politik. Aber wie wir jetzt in den letzten Jahren verstärkt gesehen haben, natürlich auch die Rolle des Rechts, sowohl als Rechtsprechung als auch Rechtsetzung. Viele Gerichte sind mittlerweile mit rechtlichen Fragen über Umweltschutz und Naturschutz befasst. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man erst mal die richtigen Rechte hat und die rechtlichen Regulierungen, bevor dann eine Frage zu Gerichten kommt. Und wenn es um das Recht geht, dann ist es das Recht, das zentrale Steuerungsinstrument, wenn ich das so sagen darf, das Steuerungsinstrument der Gesellschaft. Ob es jetzt die internationale Gesellschaft ist oder die nationale Gesellschaft wie hier in Deutschland, dann ist das Recht ein ganz zentrales Steuerungsinstrument. Es setzt die Rechte und die Verpflichtungen klar. Es stellt die Grenzen fest, Abwägungsprinzipien, Rechtsprinzipien, aber eben auch Standarde und Haftungshandlungspflichten. Und Recht existiert in einem vertikalen System, also zwischen dem Staat und den Bürgern. Aber es existiert halt auch horizontal zwischen den Bürgern zum Beispiel. Das ist in Deutschland das bürgerliche Recht. Oder wenn wir jetzt auf das Völkerrecht schauen, dann ist es ein horizontales Rechtssystem zwischen unterschiedlichen Staaten, wo die Staaten Verträge verhandeln, internationales Recht, was dann die Staaten selbst auch bindet. Und das ist natürlich auch ein Teil des Grundes, weswegen internationale Verträge oft nicht sehr deutlich sind, weil die Staaten natürlich selber verhandeln, was sie dann letztendlich oder woran sie dann letztendlich gebunden sind. Na, wenn es um den Umweltschutz, den Naturschutz geht, so finden wir natürlich im nationalen Recht sehr viele Bestimmungen, ob es jetzt das Plan- und Baurecht ist oder der Energiestandards oder Verunreinigungskontrolle oder was auch immer es sein sollte. Es gibt im nationalen Recht, auch in Deutschland, strafrechtliche Bestimmungen für den Umweltschutz. Nicht sehr viele, aber es gibt einige. Aber wir finden halt davon nicht so sehr viel im Völkerrecht, in dem Recht zwischen den Staaten. Hier gibt es sehr viele umweltrechtliche Verträge, zum Beispiel das Pariser Vertragsabkommen oder die Konvention für die biologische Vielfalt und noch viele, viele andere Verträge mehr. Aber wie Frau Dr. Stolz das gerade schon ansprach, viele dieser Verträge beinhalten Verpflichtungen für die Staaten, aber das sind häufig prozessrechtliche Verpflichtungen. Also Staaten müssen Informationen abgeben, Bericht erstatten, aber es sind keine substanziellen Verpflichtungen. Was genau muss denn getan werden, um die biologische Vielfalt oder das Klima zu schützen? Da ist man recht zurückhaltend in den internationalen völkerrechtlichen Verträgen und es gibt davon sehr wenig Substanz. Und wenn es zu dem Strafrecht geht, im Völkerrecht, dann gibt es völkerrechtliches Strafrecht, aber da gibt es bislang überhaupt gar nichts, was sich mit Umweltschutz beschäftigt. Da gibt es keine Umweltschutz-Straftatbestände im Völkerrecht, die sind also wirklich begrenzt auf einige Straftatbestände, die ich Ihnen gleich noch nennen werde. Wie bereits angesprochen, so hat also die Stop Ecoside Foundation vor einigen Jahren, das ist nun mittlerweile, ich glaube, das war 2020, die Zeit vergeht so schnell, ein internationales Expertengremium zusammengestellt und ich war beteiligt an diesem Gremium. Wir waren zwölf Völkerrechtsjuristen aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Kompetenzen. Einige waren direkt Völkerrechtsstrafrechtler, andere waren mehr generelle Völkerrechtler und ein paar andere kamen dazu mit einem Umweltvölkerrechtsschwerpunkt. Und die Stiftung hat uns gebeten, eine Definition vorzuschlagen, wie denn das Ökozid aus völkerrechtlicher Sicht gesehen werden könnte. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wurde, aber es gab bislang noch keine, wie kann ich sagen, keine Definition, die man einfach vorschlagen konnte, womit die Staaten, wenn sie denn wollen, auch arbeiten könnte. Diese Definition, die dieses Expertengremium vorgeschlagen hat, wie Sie vielleicht schon hören, ist der Ökozid im Völkerrecht zu definieren als rechtswidrige oder mutwillige Handlungen, die mit dem Wissen begangen werden, dass durch diese Handlungen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerwiegender und entweder weitverbreiteter oder langfristiger Umweltschäden besteht. Das ist eine relativ komplizierte Definition und ich werde versuchen, fünf kurze Betrachtungen dazu anzubieten, was denn eigentlich in diesem einen doch recht verschachtelten Satz alles drinsteckt. Erstmal noch ganz kurz zu dem Sinn und Zweck dieser Definition. Wie gesagt, es war ein Versuch, Ökozid zu definieren in einem völkerrechtlichen Sinne, mit dem Zweck, einen Vorschlag zu unterbreiten, der eventuell für Verhandlungen für eine Erweiterung des Romstatutes benutzt werden kann. Das Romstatut ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der den Strafgerichtshof, den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag etabliert hat und wo auch die existierenden strafrechtlichen Tatbestände im Völkerrecht enthalten sind. Und dieses Romstatut beinhaltet zum heutigen Zeitpunkt wie gesagt noch keinen Straftatbestand, der schwerwiegende Umweltzerstörung beinhaltet. So die Absicht mit dieser Definition ist, die schwerwiegendsten Umweltschädigungen strafrechtlich verfolgbar zu machen, durch eine eventuelle Erweiterung dieses Romstatuts, was natürlich dann durch staatliche Verhandlungen und Annahme geschehen muss. Die Betrachtung, die erste, die ich mit Ihnen teilen wollte, ist, dass es ja nun mal so ist, dass die schwerwiegendsten oder viele der schwerwiegendsten Umweltzerstörungen, Umweltschäden entstehen zu Friedenszeiten. Wir denken wahrscheinlich im internationalen Völkerecht oft an die Schäden, die durch Konflikte und militärische Auseinandersetzungen entstehen. Das sind natürlich auch schwerwiegende Umweltschäden mit beinhaltet. Aber viel passiert halt in Friedenszeiten. Vor allem durch Nebenfolgen von größtenteils legalen Aktivitäten oder etwas, was eben auch gar nicht, was einfach in Kauf genommen wird als etwas, was, wie gesagt, als Nebenfolge von gewissen Aktivitäten passiert. Das ist eigentlich der Grund, weswegen die Stop Ecocide Foundation einen fünften völkerrechtlichen Tatbestand vorgeschlagen hat, also einen zusätzlichen Tatbestand zu den vier existierenden Tatbeständen. Die vier existierenden Tatbestände im internationalen Strafrecht ist der Völkermord, also Genozid. Das zweite ist das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das dritte sind Kriegsverbrechen. Und das vierte sind das Verbrechen der Aggression. Diese vier Tatbestände existieren bereits im Völkerstrafrecht. Aber keiner dieser Tatbestände ist wirklich darauf abgestellt, schwerwiegende Umweltschäden, die vor allem in Friedenszeiten zustande kommen, aufzufassen. Und aus diesem Grund war das die Intention der Stop Ecocide Foundation, einen fünften, einen neuen Tatbestand vorzuschlagen. Das hängt auch damit zusammen, dass die vier existierenden Tatbestände alle ihre eigene schwierige Geschichte haben. Und wenn man etwas Neues vorschlägt, dann ist es besser, dass man das, was man bereits hat, nicht ändert und nicht berührt, um nicht irgendwelche Schwächungen und Konzessionen da hineinzubringen. Der zweite Punkt, den ich nennen wollte, wie gesagt, die Definition, die ich vorgelesen habe, ist ein Satz im Prinzip, ein relativ verschachtelter Satz, aber es ist halt nur ein Satz, der ist von Abstraktheit und Generalität geprägt. Und das hat den Hintergrund, dass Umweltschäden auf viele verschiedene Weise und durch viele verschiedene Täter verursacht werden konnten. Und wir hatten natürlich die Wahl, einen ganzen Katalog von möglichen Ökozid- Tatbeständen aufzustellen, was alles Ökozid sein könnte oder, und das ist, was wir letztendlich vorgeschlagen haben, eine generelle und abstrakte Definition zu liefern, die ausgelegt werden kann und durch die Auslegung eine Vielzahl von Tätern und eine Vielzahl von Taten beinhalten kann, weil man ja jetzt auch noch gar nicht so weit wissen kann, was ist denn vielleicht Ökozid in 50 Jahren oder in 20 Jahren. Vielleicht zeigen sich Folgen von Handeln, die wir momentan noch gar nicht wissen, dass sie schwerwege Umweltfolgen haben, erst dann. Und aus diesem Grund, damit die Definition weiter leben kann und dynamisch bleibt, haben wir uns also für diese generelle und abstrakte Definition entschieden, die weit fassend sein kann. Das dritte Element, was ich erwähnen wollte, ist die Frage der Schwelle der Erheblichkeit von Umweltschäden. Es ist ja nun mal so, dass mehr oder weniger alles, was wir machen, alles, was Menschen tun, einen gewissen Einfluss auf die Umwelt hat. Es ist sehr wenig, was wir tun, was keine Umweltbeeinflussung oder Beeinträchtigung hervorruft. Und aus diesem Grund war das sehr wichtig, dass in der Definition eine Schwelle der Erheblichkeit definiert war. Und die Schwelle ist definiert als schwerwiegend oder weitreichend oder weitverbreitende Umweltschäden. Das ist nicht miteinander gekoppelt in der Definition. Also es kann das eine oder das andere sein. Schwerwiegend ist also zum Beispiel die Tötung der letzten Tiere einer Art. Das ist also schwerwiegend, aber es ist nicht weitreichend, aber es könnte trotzdem ein Ökozid sein, wogegen weitverbreitet oder weitreichend zum Beispiel das Beispiel von Frau Dr. Scholz ist die Verunreinigung oder Vergiftung eines ganzen Flusses oder eines Deltas. Also das ist wirklich dann eine weitverbreitende Umweltbeeinträchtigung. Es war sehr, sehr wichtig, diese Schwelle zu beinhalten. Auf jeden Fall muss es eine erhebliche Umweltbeeinträchtigung sein, aber sie kann entweder weitreichend oder schwerwiegend sein. Der nächste Kommentar geht an die Frage, ob denn das Handeln rechtswidrig sein ist. Und wie ich schon am Anfang sagte, viele der Umweltschäden passieren als Nebenfolge rechtlicher Handlungen. Also die sind nicht mal verboten, weder im internationalen, also im Völkerrecht, noch im nationalen Recht. Es gibt natürlich im nationalen Recht viele Verbote, aber vieles ist auch etwas, was als Nebenfolge in Kauf genommen wird. Zum Beispiel Kohletagebauer oder die Abholzung des Regenwaldes. In vielen Teilen der Welt ist es etwas, was nicht verboten ist, zumindest nicht nach nationalem Recht und im internationalen Recht kann man sich darüber streiten. Oder eine neue Autobahn oder solche Sachen, die wie gesagt nach dem nationalen Recht nicht verboten sind, die sind nicht rechtswidrig, aber trotzdem können sie zu erheblichen Umweltschäden führen. Und diese Situation hat also dieses Expertengremium auch versucht aufzufassen. Also zum einen sind es rechtswidrige Handlungen, die von der Definition aufgegriffen werden, aber auch rechtliche Handlungen, also die nicht im Widerspruch zum geltenden Recht stehen, aber für rechtmäßige Handlungen hat das Expertengremium eine Art Verhältnismäßigkeits Prüfung angeschlossen, dass wenn eine Handlung rechtsmäßig ist, kann sie trotzdem unter den Tatbestand eines Ökozids fallen, aber nur in dem Fall, wo die Umweltschäden unverhältnismäßig sind im Vergleich zu sozialen oder ökonomischen Vorteilen. Das ist nicht so einfach festzustellen und das wäre natürlich etwas, was ein Gericht abwägen müsste, aber es war schwierig, etwas als schwerstes Verbrechen zu definieren. Das sind ja die internationalen, die völkerrechtlichen Verbrechen, sind die schwersten Verbrechen, die man sich vorstellen kann. Es war also nicht einfach etwas als schwerstes Verbrechen zu definieren, was nach nationalem oder anderem Völkerrecht nicht mal verboten ist. Und daher haben wir da so für die rechtlichen und rechtmäßigen Handlungen dieses Verhältnismäßigkeits Kriterium eingebaut. Auf Englisch heißt es wanton, das war also die Terminologie, die da benutzt wurde. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, dass die Definition des Expertengremiums auch Umweltschäden an sich beeinzieht oder umfasst. Das sind also Schäden an der Umwelt, die nicht irgendwie verbunden sein müssen mit Schäden für Menschen, entweder Individuen oder Gruppen. Also es können so wirklich reine Umweltschäden sein, zum Beispiel die Vergiftung eines Flusses oder eines Deltas, wo natürlich vielleicht Menschen damit auch betroffen sind, aber als Straftatbestand würde es ausreichen, dass einfach nur die Umwelt geschädigt ist. Das macht den Straftatbestand, so wie er vorgeschlagen wurde, noch nicht ökozentrisch. Das ist häufig kritisiert worden und das kann man ja auch diskutieren. Meiner Meinung braucht es das auch erstmal gar nicht. Also man kann auch die Umwelt schützen als solche, ohne dass man der Umwelt jetzt unbedingt einen eigenen Wert geben muss, wie die Rechte der Natur. Ich komme da nochmal gleich drauf zurück. Daran arbeite ich auch sehr viel, aber das ist ein bisschen eine andere Schiene, wie Frau Dr. Scholz auch erwähnt hat. Es ist eine der drei neuen interessanten Konzepte, die momentan besprochen werden. Aber wie gesagt, die vorgeschlagene Definition eines Ökozides per se umfasst die Zerstörung der Umwelt, aber nicht notwendigerweise als ökozentrische Konstellation. Das war auch schon alles. Ich sehe, dass mir gesagt wird, dass es okay ist. Das waren die fünf Elemente, die ich diskutieren wollte, um die Definition ein bisschen näher zu bringen. Aber ich freue mich auch auf die Diskussion. Es gibt da bestimmt noch viele andere Sachen, die diskutiert werden können. Vielen herzlichen Dank und zurück nach Berlin. Vielen Dank, Christina. Ich war davon ausgegangen, dass Christina nicht bei uns bleiben könnte, aber es sieht so aus, als könnte sie das doch. Ja, fantastisch. Also dann können Sie später Fragen stellen und dann können wir gleich weitergehen zu der eigentlichen, zum zentralen Element unserer Veranstaltung hier, dieser Podiumsdiskussion und ich stelle mal kurz die anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen vor. Einmal Professor Dr. Hermann Ott, er ist Jurist und Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Klima- und Umweltschutz und ab 1994 war er beim Wuppertal Institut für Klima und dann ab 2009 auch bis ab 1998 hat er die Abteilung Klimapolitik geleitet. 2009 war er für die Grünen im Bundestag und dort klimapolitischer Sprecher. Er ist außerdem Honorarprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und hat die deutsche Sektion der Umweltrechts NGO Client Earth aufgebaut und jetzt arbeitet er wieder als Rechtsanwalt und Senior Consultant. Dann haben wir Lotte Leicht sie ist eine dänische Juristin die sich auf internationale Menschenrechte humanitäres Recht und Strafrecht spezialisiert hat. Sie ist die internationale Interessensvertretungsdirektorin bei Climate Rights International sowie die Vorsitzende des Rates des Europäischen Zentrums für Verfassungs und Menschenrechte und dann hat sie zahlreiche Untersuchungen zu Menschenrechten und humanitärem Recht durchgeführt in Konfliktgebieten. Sie hat zudem mit Überlebenden von Gräuhtaten bei ihrem Streben nach Gerechtigkeit für schwere internationale Verbrechen sowie Wiedergutmachung und Anerkennung von Opfern mitgewirkt. Und dann zum Last but not least Alina Friedrich sie beendet gerade ihr Studium ihr interdisziplinäres Studium zu Politics Psychology Law und Economics und hat letztes Jahr eine NGO gegründet Young Environmental Research and Advocacy Hub Europe und recherchiert gerade in dem Zusammenhang mit vielen anderen jungen Forschern zum Thema Rechte der Natur im europäischen Kontext und sie war das war wohl die Nacht ihres Abiturballs als es die Flut im Ahrtal gab und seitdem ist sie besonders motiviert hier Umweltschutz zu verhindern und dagegen vorzugehen. Also das ist unser Podium unser Panel und ich versuche jetzt hier mal soweit ich das hinkriege die Fragen des Podiums also unsere Podiums Diskussion in drei verschiedene Themenfelder zusammenzufassen. Erstmal sprechen wir über die Rechte der Natur und Menschenrechte und dann kommen wir etwas vom sehr Allgemeinen kommen wir zu etwas Spezifischerem dann reden wir über das Ökozidgesetz und die EU-Richtlinie und dann anschließend kommen wir auch zu politischen Herausforderungen und möglichen Lösungen für den Umweltschutz durch internationales und nationales Recht. Also vom Allgemeinen zum Spezifischen. Fangen wir also erstmal mit dem ersten Themenfeld an und wenn es darum geht hier wenn es um Rechte der Natur und Menschenrechte geht dann ist es wirklich sehr wichtig dass wir uns auch über die haben wir schon viel von gehört über die zeitlichen Fragen Gedanken machen über die Fragen wie diese Rechte der Natur umgesetzt werden also jetzt erstmal eine Frage an Lotte die uns sicher mehr dazu sagen kann was sind denn die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen den Rechten der Natur und Menschenrechten also wo ist der Nexus da es funktioniert erst mal ich bin Dänin Deutsch ist nicht meine Muttersprache und es wird es wird ab und zu ein Wort fehlen und dann brauche ich Hilfe und Hermann hat mir versprochen dann hilft er mir zu diesem Nexus zwischen Menschenrechte und Rechte der Natur und Verletzungen gegen der Umwelt ich glaube es hat sich unheimlich viel bewegt innerhalb die letzten Jahren man versteht jetzt dass das kann nicht unterschiedlich gesehen werden aber auch und dazu danke ich dass das Gremium die auch das Ökosid Definition hergebracht hat das ist auch es braucht neue Regeln zum Schutz der Natur allein und es braucht nicht diese menschliche Dimension dazu das ist wichtig es gibt schon einige Regeln in der internationalen Völkerrecht humanitären Völkerrecht das heißt in Kriegssituation und dazu können wir auch mal etwas sagen wo es auch also Verletzungen gegen der Umwelt in sich selbst ohne Verletzung der Menschen ein Verbrechen ist ein Kriegsverbrechen aber es wurde niemals ermittelt und es würde niemals jemand dafür verantwortlich gemacht das wird sich jetzt ändern es passiert sehr sehr viel in Ukraine und darüber können wir nach hinein reden ich bin der Meinung dass diese dreifache planetäre Krise worüber auch immer gesprochen hat also von massiven Umweltverschmutzung Verlust von der Biodiversität und der Klimawandel insgesamt ist auch und hier der Nexus der größte globale Menschenrechtskrise in der Welt unserer Zeit und das müssen wir mal einsehen weil wenn wir das nicht im Griff bekommen kommt dann wird die Welt ganz anders aussehen für die künftige Generation und das wird jetzt auch also so neu interpretiert also in Menschenrechtsbereich in internationalen Menschenrechtsbereich und Recht dass wir haben eine Pflicht gerade wenn es so Klimawandel kommt so Biodiversität Verlust kommt gegenüber zukünftigen Generationen das ist neu und dazu wird jetzt auch der internationalen Gerichtshof eine eine Gutachten geben das wird wahrscheinlich so Anfang nächstes Jahr kommen und das wird eine Richtlinie für Natur aber auch für Menschen und das ist wahnsinnig wichtig also es passiert sehr sehr viel in zwei Bereiche würde ich sagen eines zum Pflicht von von Regierungen gegenüber der Natur gegenüber Menschen und gegenüber diesen Nexus aber dann auch und das ist eben das neue das Strafrechts Bereich also dass jemand auch dafür strafrechtlich jetzt zur Verantwortung gezogen werden kann auch für sehr grobe Verletzungen gegenüber der Umwelt Danke vielleicht immer machst du weiter wie können denn die rechte Natur so gestaltet werden dass sie im Einklang mit den Rechten und den Bedürfnissen der jeweils betroffenen Gemeinschaften oder Communities sind also vielleicht insbesondere auch die Tatsache dass wir hier viel produzieren und Emissionen produzieren und durch unser Konsumverhalten zu Umweltschäden woanders beitragen Ja Also wenn man von den Rechten der Natur spricht ich hatte das ja auf Ökosysteme oder Flusssysteme bezogen hört man nicht also ja ist an gut also es gibt zwei ich würde da zwei Beispiele nennen wo es um die Anerkennung von Flusssystemen als rechte Träger geht das eine ist ein Fluss in Neuseeland das hat die lokale indigene Bevölkerung durchgesetzt weil sie dieses Flusssystem für heilig hält also es ist für sie heilig und die Heiligkeit ist jetzt kein Mystizismus sondern es drückt einfach aus das was wir vorhin als Lebensgrundlage bezeichnet haben und dann gibt es noch das ähnlich für den Rio Atrato in Kolumbien wo das eben auch der Fall ist und was da zusammenfällt ist der Schutz des Flusssystems mit den Lebensgrundlagen ich warte mal eben ab ja nein doch nicht also das Schutz des Flusssystems ist identisch mit dem Schutz der Lebensgrundlagen aber nicht nur der Lebensgrundlagen sondern auch der Wirtschaftsform die die Menschen vor Ort entwickelt haben in Einheit mit diesem Flusssystem es sind ja in der Regel auch menschliche Gruppen die schon sehr lange dort leben und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit eine rechtliche Möglichkeit gewesen die den indigenen Völkern die im Amazonas Gebiet leben absolut zu pass gekommen wäre um eben gegen diesen Staudamm von Belomonte vorzugehen aber diese rechtliche Möglichkeit hatten sie gar nicht in Brasilien weil sie eben selber als indigene Völker nicht Rechtssubjekte sind wie sie das beispielsweise in Kolumbien sind also sie sind unterstellt dem Staat sie sind Mündel des Staates sie haben diese Bürgerrechte nicht aber dieses also letztlich geht es eben darum dass es eine Identität gibt von Interessen sozusagen ja also und im neuseeländischen Fall wird dann eben auch gesagt das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild der Fluss hat ein Anrecht auf sein Flussbett es sei denn der Fluss wünscht etwas anderes und der Fluss drückt sich aus durch seine Bevölkerung durch das indigene Volk das da lebt weil das versteht den Fluss es hat eine Verbindung zu dem Fluss ja da sind natürlich Offenheiten drin weil es setzt natürlich diese Identität setzt voraus dass das auch so bleibt aber das denke ich ist übertragbar auf die Ökosysteme es muss nicht immer ein Flussgebiet sein auf die Ökosysteme in denen indigene Gruppen leben weil sie darauf bestehen dass die Art und Weise wie sie wirtschaften wie sie leben auch Bestand hat und insofern sehe ich da keinen Widerspruch aber es wird dann problematisch wenn eben die Vorstellungen von dem was ein gutes Leben ist und wie das erreicht werden kann vor Ort sich ändert und dann ist aber diese indigene nach meinem Verständnis oder müsst ihr mich korrigieren weil ich die rechtlichen Dimension so nicht verstehe aus meiner Sicht bindet das aber auch das lokale Volk daran wenn es sich verändert in seiner Wirtschaftsweise dass es trotzdem die Rechte dieses Flusssystems respektiert und das ist ja etwas was wir übertragen können dann eben auch auf unser Verhalten dass wir eben jetzt die grenzüberschreitenden Wirkungen von unseren Interessen angesprochen also wenn wir jetzt beispielsweise Bergbau anderswo fördern weil wir Metalle brauchen um unsere Energiewende voranzubringen dann sind wir eben auch daran gebunden aus meiner Sicht dass dieser Abbau anderswo nicht zur Umweltzerstörung führt die dann eben dieses grundlegende Lebensrecht was wir ja auch durch die Energiewende voranbringen wollen infrage stellt Dankeschön Lotte immer nee Entschuldigung doch immer Alina wenn du jetzt wir haben jetzt gerade von Lotte auch gehört wie sich das auf die zukünftigen Generationen auswirkt als Vertreterin der Jugend hier wie würdest du denn jetzt hier diese generationenübergreifenden Probleme zwischen Umwelt Naturrechten und Rechten der Natur und Menschenrechten sozusagen beurteilen das ist jetzt eine etwas andere Frage aber ich bin sicher du kannst die beantworten Perfekt hallo ich glaube Menschenrechte so wie ich das was du gerade gesagt hast verstanden habe haben ja auch eine zukünftige Wirkung und diese Wirkung müssen wir auch ernst nehmen auch hier und jetzt heute um eben den zukünftigen Generationen die Möglichkeiten zu bieten die Entscheidung zu treffen die wir heute treffen können und ich glaube da eben sind eben die Rechte der Natur ganz essentiell aber ich glaube was vielleicht ganz interessant ist zu sehen ist dass wir als juristisches System ja sehr auf Menschenrechte ausgelegt sind das heißt wir können uns quasi diese Verbindung von dem menschlichen Leben und dem Recht auf Existenz abhängig machen von den Rechten der Natur in einer gewissen Weise und das ist ja auch sehr intuitiv weil Menschenrechte ja auch immer weiter also quasi ausgeweitet wurden historisch von beispielsweise Katholiken zu Protestanten die eben more likely also sehr wahrscheinlich waren zu der Kategorie zugehören und das heißt wir müssen unser Verständnis von uns selbst quasi erweitern auf wie zum Beispiel eine indigene Bevölkerung das ganz natürlich tut auf abhängig von der Natur und ich glaube dann das ist ganz intuitiv dass man der Natur auch Menschenrechte geben kann aber ich fand das sehr spannend was du gerade gesagt hast dass das eben indigene Bevölkerung sind die das zum Beispiel die den Fluss als Vorfahre sehen und die sich als Teil dessen sehen und ich glaube das fordert von uns dass wir unsere Beziehung zur Natur nochmal ganz neu in Frage stellen weil ich glaube wenige Menschen in Europa haben so ein intuitives Verständnis zur Natur Hermann wie realistisch ist denn die Anerkennung von Rechten der Natur im deutschen Strafrecht im deutschen Kontext und eine ähnliche Frage vielleicht auch an Christina aber ich bitte dann um kurze Antworten vielleicht im etwas internationalen Bereich also eine Frage an dich erstmal Okay das ist ja mal ein schönes Oxymoron hier eine kurze Erläuterung zu einem solch komplexen Thema aber ich will es versuchen ich habe nämlich mal für das Magazin des Rotary Clubs die hatten so ein Sonderheft zu Biodiversität war große Konferenz Montreal und so weiter und dann haben sie mich angefragt ob ich nicht einen kleinen Beitrag zu Rechten der Natur schreiben könnte und ich habe erst gedacht was soll das bringen aber dann dachte ich mir wenn ich auch nur ein paar Leute die das lesen und das sind ja 150.000 insgesamt ein paar Leute dazu bringe so ein paar Fragen zu stellen an sich selber ein paar Leute dazu bringe mal so Gewissheiten zu hinterfragen die wir für ganz selbstverständlich halten hat sich schon gelohnt und die Reaktionen die ich darauf gekriegt habe die waren auch so dass ich mir dachte hat sich gelohnt und das scheint mir eine der wichtigsten Funktionen auch zu sein wir haben ja auf der einen Seite die Frage brauchen wir Rechte der Natur der Natur besser geht damit Umwelt besser geschützt wird die würde ich mit ja beantworten aber das ist ja noch nicht alles sondern was mir sehr wichtig ist der Klick also der Wandel in der Wahrnehmung denn das was Rechte hat das schätzen wir höher oder auch nur allein die Idee wie kann das denn sein dass nicht menschliche Geschöpfe oder eben sogar Ökosystem eigene Rechte haben und da macht es doch irgendwie Klick wir hinterfragen so ein wenig unsere Vorstellung einer Pyramide die wir haben die in den Schulbüchern immer stand ganz oben der Mensch und dann kommen die Säugetiere und dann andere Tiere und Pflanzen eine Lebenspyramide die ja auch so ein bisschen Wert ausdrückt oder sehr stark ausdrückt sogar und das ganze zu ersetzen durch eine Vorstellung eines Lebensnetzes vielleicht eines Netzes des Lebens wo wir eingebunden sind so wie alle anderen Geschöpfe anerkennen dass wir gar nicht alleine existieren können immer du hast es vorher auch kurz erwähnt und diesen Effekt den hat man tatsächlich sobald Leute anfangen sich darüber Gedanken zu machen dass vielleicht andere oder nicht menschliche Entitäten so wie wir das ja bei Unternehmen für ganz selbstverständlich halten da ist eine AG da ist eine GmbH die hat Rechte als juristische Person und sie kann diese Rechte auch geltend machen nämlich durch Agentinnen und Agenten Geschäftsführerinnen Geschäftsführer den Aufsichtsrat und so weiter das ist für uns ganz normal das war mal eine revolutionäre Idee dass überhaupt irgendein Konstrukt was ja nicht selber lebt und auch nicht selber handeln kann über gewisse Organe Menschen die bestimmte Funktionen bekommen und Rechte bekommen für dieses Unternehmen sprechen können und ähnlich könnte das eben auch für die Natur einsehen ich habe mit einem Kollegen Andreas Buser falls er zuhört sei er herzlich gegrüßt mal einen Artikel geschrieben wir haben uns Gedanken darüber gemacht wie könnte man das denn in Deutschland umsetzen denn das scheint uns ja alles sehr weit weg Ecuador Kolumbien Neuseeland übrigens es kommt näher Spanien Spanien hat durch Beschluss des Parlaments einer Lagune Rechtspersönlichkeit verliegen ist schon ein bisschen näher dran bei uns aber wie kann man das denn in Deutschland umsetzen wo wir gar nicht diese Tradition haben und wir haben uns natürlich zuerst Gedanken gemacht was könnte denn überhaupt das Rechtssubjekt sein also die Einheit die solche Rechte hat da gibt es ja ganz ganz viele Vorstellungen von einzelnen Tieren bis zu der Natur als Ganzes so wie das in Ecuador zum Beispiel ist Pachamama also das ist es gibt nicht einzelne Bestandteile sondern die Natur als solches und uns schienen am eindeutigsten Ökosysteme tatsächlich als solche Rechtsträger zu nehmen was übrigens ja auch durch die neue europäische Richtlinie zum Umweltstrafrecht nochmal aufgegriffen wird denn auch dort geht es am Ende um Ökosysteme also die Ökosysteme die in ihrer Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden dürfen dann fragt man sich natürlich als nächstes wer kann denn das überhaupt umsetzen da gibt es auch sehr viele Vorschläge Ombudsfrauen Ombudsmänner in Ecuador ist es jede Person jede Einwohnerin jeder Einwohner kann Rechte der Natur geltend machen wir haben uns für ein Modell entschieden nachdem wir so ein bisschen durchgesprochen hatten was sich so an der deutschen Datenschutzbeauftragten orientiert also jemand eine Person die eingestellt ist von staatlicher Seite aber dann unabhängig agieren kann denn das ist ja auch wichtig und natürlich muss man auch sicherstellen dass diese Person das nicht ausnützt und missbaut um es ganz deutlich zu sagen also man muss da gewisse Vorkehrungen einbauen zum Beispiel dass sie bei bestimmten Entscheidungen auch gerichtliche sich die gerichtliche Erlaubnis holen müssen das kennt man ja bei Vormündern von Kindern zum Beispiel oder auch Beteiligungsrechte von Umweltverbänden und so weiter aber tatsächlich ist der Schritt oder wäre der Schritt nicht so groß das in Deutschland einzuführen manche meinen dafür müsse das Grundgesetz geändert werden dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit wird nie passieren wir kamen zu der Ansicht nein das könne man tatsächlich auch ohne Grundgesetzänderung machen zumal nach der neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf der Klimabeschluss also es wäre möglich auch in Deutschland Rechte der Natur Ökosystemen Rechte zu geben ich hoffe das war kurz und präzise genug okay also mit kurz weiß ich jetzt nicht so ganz aber sehr präzise auf jeden Fall Christina möchtest du dazu noch ganz ganz aber wirklich ganz ganz kurz etwas Stellung nehmen ich kann das ganz kurz machen du hattest mich gefragt nach der internationalen Ebene und wir haben jetzt gerade gehört von vielen Beispielen auf nationaler Ebene Äquator Bolivien Kolumbia wir haben entsprechende Beispiele auch von China und Indien und wir haben Indonesien und wir haben Neuseeland Spanien und so weiter aber auf internationaler Ebene tut sich da jetzt noch nicht so richtig viel da gibt es aber eine sehr interessante Initiative die versucht die Weltozeane die Weltmeere ein Naturrecht sozusagen zu verschaffen das ist natürlich erstmal auf einer konzeptionellen Ebene ist aber ein sehr interessanter Ansatz da ja die Weltmeere durch verschiedene Beeinträchtigungen beeinflusst sind da wäre es natürlich sehr interessant was zu sehen was wäre denn der Unterschied wenn man den Weltmeeren einen eigenen Rechtsstatus geben könnte aber wie gesagt da sind wir noch weit von der Realität entfernt aber es ist eine sehr interessante Initiative Interessant wirklich super Alina wir haben jetzt also diese EU-Richtlinie und Ecoside Law da hat uns Lotte erzählt dass es tatsächlich auch die Möglichkeit gibt dass Individuen zur Verantwortung gezogen werden wie wahrscheinlich ist es denn dass das passiert und was bedeutet es dass Umweltverschmutzen mich möglicherweise ins Gefängnis bringen kann also so ganz grundsätzlich ist diese Umweltrecht Direktive revolutionär also alle die da zugeschrieben haben waren ganz begeistert und auch ganz beeindruckt dass sich tatsächlich sowohl die Wirtschaftsverbände als auch die Umweltverbände kaum in den Schreibprozess eingemischt haben und daher ist die Definition sehr klar und auch aus meiner Ansicht sehr sehr intuitiv und zwar ich glaube da sind wahrscheinlich die richtigen Juristen hier Expertinnen und Experten aber so ganz grundsätzlich braucht damit du quasi im Gefängnisland braucht es eine rechtswidrige Handlung und Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit abhängig davon welche Handlung du ausführst denn das Gesetz die Direktive ist nicht so breit wie Christina das gerade erklärt hat von dem Ökozid sondern es ist eine Liste von bestehenden Umweltschutzgesetzen die eben dann gebrochen werden können wenn eine bestimmte qualitativ oder quantitative Schwelle erreicht wird und eben dieser Vorsatz der quasi für das Strafrecht eben essentiell ist erfüllt ist und der Ökozid wird tatsächlich auch benannt in der Direktive nicht im Gesetzestext selber aber quasi in der Definition von qualifizierten Verbrechen die eben anstatt also statt im Text der Direktive vergleichbar sind zu Ökozid und das ist schon sehr sehr wichtig denn der Ökozid ist ja nach wie vor nicht anerkannt er ist in Belgien diskutiert in anderen Kontexten diskutiert aber er ist noch nicht anerkannt und das ist ein sehr wichtiges Momentum das wir da gerade erlebt haben und wenn du dann quasi diese essentiellen Requirements quasi erfüllst dann kannst du auch dafür im Gefängnis landen und zwar bis zu zehn Jahre acht Jahre wenn es ein qualifiziertes Verbrechen ist und das ist natürlich sehr wichtig weil du jetzt in diesem Fall kein Vorstand bist aber die Vorstände von Unternehmen dann vielleicht einen essentiellen Anreiz haben ihre Handlungen zu überdenken wenn sie auch dafür persönlich belangt werden können und nicht nur finanzielle Sanktionen in Betracht ziehen müssen die bei großen großen Unternehmen einfach im Budget landen und ich finde es ganz spannend den Ökozid und vielleicht kann mich Christina da auch ergänzen mit dieser Direktive zu vergleichen denn sie sind nach wie vor nicht das Gleiche und ich denke beide haben Vor- und Nachteile denn die Direktive hat eine Liste wie ich das gerade schon gesagt habe und die neue Direktive hat elf mehr als die alte die alte hatte nur neun die neue hat jetzt 20 und natürlich versucht die Direktive immer up to date zu sein und die wichtigsten Verbrechen besonders im europäischen Kontext zu adressieren aber ich glaube so eine offene Definition hat schon den Vorteil dass sie offener ist aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine erhöhte Rechtssicherheit von einer solchen Liste die eben besonders wenn es um das Thema Wirtschaften geht denn gewisse wirtschaftliche Aktionen sind ja auch Vorteil für die Gesellschaft wichtig sind denn ich würde glaube ich nicht investieren in eine Sache von der ich wahrscheinlich dann im Gefängnis lande und wer dann am Ende im Gefängnis landen könnte hängt ganz von der nationalen Umsetzung ab die Direktive wurde dieses Jahr beschlossen wird dann in zwei Jahren umgesetzt und ich denke es wäre interessant dann auch von Hermann zu wissen wie die Umsetzung dann am Ende des Tages von Staaten geht denn auch juristische Personen können belangt werden aber das hängt von der Tradition in den Staaten ab also in den Member States und diese können dann zum Beispiel strafrechtlich oder auch nicht strafrechtlich belangt werden und das hat eine ganz Riesenunterschiede das heißt das ist noch nicht ganz offen wer am Ende des Tages unter der Direktive benannt wird aber die Kategorie an Leuten ist auf jeden Fall wesentlich weiter Super also gleich die Frage weiter an Hermann das jetzt etwas auf das deutsche System runterzubrechen was Alina gerade so ein bisschen ausgeführt hat damit wir das in diesem Zusammenhang auch besser verstehen können und danach gebe ich dir dann auch das Wort zu etwas dem gröberen aber erst mal mit Hermann ich glaube Ja also dass die Strafbarkeit individuelle Strafbarkeit von Managerinnen Managern von Regierungsbeamtinnen Regierungschefinnen und Chefs vielleicht ist eins der wesentlichen Fortschritte die wir erreichen müssen und zum Teil erst erreicht haben auf der internationalen Ebene noch gar nicht nur für oder was heißt nur aber Gott sei Dank tatsächlich für Kriegsverbrechen und ähnliches in der Art aber noch nicht für schwerwiegende Umweltverbrechen wir haben in Deutschland die Regelung ist ja auch durchaus sehr unterschiedlich also es kann ein Minister 350 Millionen Euro verschleudern und wird dafür nicht belangt wenn eine Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin ähnliches tun würde würde diese Person belangt werden und haftet auch das heißt wir haben auch innerhalb unserer Rechtsordnung tatsächlich recht unterschiedliche Bewertungen für das was Funktionsträgerinnen und Funktionsträger so machen tatsächlich glaube jeder von uns und jede von uns kann nachvollziehen wie wichtig es tatsächlich ist wie du gerade gesagt hast dass tatsächlich auch Konsequenzen für einen selbst folgen wenn man wirklich entweder vorsätzlich oder grob phasisch große Schäden verursacht und wir haben gerade im deutschen Unternehmensrecht ist ja diese gläserne Decke sehr sehr stark es gibt ein paar Fälle in denen Managerinnen und vor allem Manager tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden müssten zum Winkel fällt einem da ein Kromme jetzt mal schauen wie es da bei VW weitergeht das sind aber alles Fälle in denen tatsächlich durch das Verhalten des Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsvorsitzenden erhebliche finanzielle Schäden für das Unternehmen entstehen das ist sozusagen das muss die Tat erfüllen ansonsten sind Handlungen tatsächlich nicht vom Gesetz erfasst sondern die betreffen höchstens das Unternehmen als Ganze und ich finde Unternehmen haben vielleicht keine gesellschaftliche Rolle im Sinne von sie müssen Umweltschutz unbedingt umsetzen manche schreiben Unternehmen das ja auch zu und sagen die haben eine Verpflichtung das weiß ich nicht in unserem Wirtschaftssystem nicht unbedingt aber sie haben die Verpflichtung ihre Unternehmen so aufzustellen dass sie sozusagen keine großen Schäden verursachen erstens und zweitens ihrem Unternehmen auch keine Schäden zufügen und wenn das Management versagt weil es überhaupt nicht realisiert wie sich die Umwelt gerade verändert hat entweder die natürliche Umwelt oder dieses gesellschaftliche Umfeld und dadurch das eigene Unternehmen in Schwierigkeiten in finanzielle Schieflage gerät dann meine ich ist auch dieser jetzt schon bestehende Tatbestand erfüllt dass 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 diese Managerinnen und Manager selber haftbar sein sollten und das wird jetzt noch einmal verstärkt durch die europäische Richtlinie oder Direktive eben die muss von den Mitgliedstaaten in das jeweilige nationale Recht übersetzt werden dafür haben sie zwei Jahre Zeit und ich habe mal reingehört in das in die jeweiligen Ministerien also da wird schon dran gearbeitet aber in welche Richtung das gehen wird ist noch nicht klar und da ist vielleicht auch für alle die hier zuhören noch mal eine Aufforderung ausdrücklich steht in der Richtlinie drin dass die nationalen Vorschriften schärfer sein dürfen als die Richtlinie das vorschreibt sozusagen als Minimum das heißt alle sind dazu aufgerufen über ihre jeweiligen Kanäle über das was sie machen können auch dafür zu sorgen dass es vielleicht in Deutschland doch noch weiter geht als das was die EU als Mindeststandard vorschreibt ich gebe dir nachher das Wort Alina du kannst dann in der nächsten Gruppenrunde sozusagen darauf antworten wir laufen ein bisschen hinter der Zeit her Lotte wie sieht das jetzt aus das europäische die EU Richtlinie und Ecoside Law im Zusammenhang meinetwegen jetzt etwas du hast den Ukraine Krieg erwähnt wie relevant wäre denn jetzt die EU Richtlinie in dem Zusammenhang kann da irgendwas mit passieren also mit der EU Richtlinie wenig würde ich sagen aber mit existierender Recht viel und es passiert eben sehr sehr viel weil zum ersten Mal wurde es von von einem Land der in einer Kriegssituation sind der tätlich angegriffen wird von Russland wurde der Zerstörung der Umwelt die die beschützte Wälder Agrarland beschützte Naturgebiete in Ukraine wurde als Priorität dargestellt und das wurde von der Regierung von der Präsident von der Staatsankläger und von der Zivilgesellschaft getragen und wird bis heute getragen es wird hunderte Fälle in Ukraine ermittelt von dieser Zerstörung Ukraine hat Ecoside in ihrem Strafgesetz das hat Russland auch es ist ein sehr sehr niedriger Schuldniveau das ist auch in Ordnung weil das ist ja kein internationales Verbrechen in ukrainischen Recht das ist ein Straftat nach ihrem Recht aber es wird eben auch im Sinne von geltenden internationalen humanitär Völkerrecht also von Kriegsverbrechen und möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt das wird dann jetzt auch von der internationalen Strafgerichtshof getan und besonders im Zusammenhang mit der Zerstörung von der Staudamm der vor einem Jahr zerstört wurde und hat dazu geführt dass 7700 Quadratkilometer überflutet wurde also bis um sechs Meter Wasser Arten ausgestorben sind in einige Gebiete und sehr sehr viel Umweltverschmutzung also und auch sehr viel Gefahr also sehr viele Landminen sind jetzt überall mitgeflossen und es macht natürlich für das Natur aber auch für die Menschen stellt es eine unmögliche Situation dar und zum ersten Mal wird das ermittelt als Kriegsverbrechen und mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit ich würde sagen also auch das Definition das jetzt vorgeschlagen wird ist hilfreich weil das hat ein niedrigeres Schuldniveau auch für internationalen Recht als was schon im Strafgerichtshof da ist und Ökosid ist für mich das offensichtlichste Verbrechen gegen die Menschlichkeit wo auch immer das begangen wird es betrifft uns alle also ich kann fast auf kein Verbrechen denken der der mir zu diesen Definition passt und und es ist eben wichtig dass da jetzt neu gedacht wird neu gehandelt wird und wir werden da auch Erfolge sehen da bin ich mir ganz ganz sicher sehr gut aber ich habe verstanden dass das vom nationalen also von der ukrainischen Seite ausgegangen ist und nicht so sehr von der EU Direktive geleitet ist und vielleicht eine Frage an Christina deswegen im Zusammenhang mit dem internationalen Strafgerichtshof was was würde denn dort eine also was würde der Ökozid und die Verschärfung des internationalen Strafrechts dort bringen um auch solche Fälle international verfolgen zu können Ja also wie gesagt gerade die Strafverfolgung die du die du ansprichst wäre etwas anderes es wäre auch nicht ohne Probleme der internationale Strafgerichtshof ist ja auch in die Kritik geraten welche Fälle denn überhaupt aufgenommen wurden das waren so häufige Verbrechen in afrikanischen von afrikanischen Staatsoberhäuptern dass man das doch mehr diversifizieren sollte und da passiert im Moment auch recht viel im Kontext der Strafgerichtshof gab es vor kurzem eine Art Anhörung und man konnte Kommentare einsenden wie man denn die existierenden Verbrechen vor allem das Verbrechen gegen die Menschlichkeit auslegen kann dahingehend dass man Umweltverstöße Umweltschäden mit hineinbeziehen kann und das zeugt also doch von einem großen Interesse der Strafverfolgung in Den Haag am Internationalen Strafgerichtshof das auch aufzunehmen und zu sehen was man denn machen kann mit den bereits existierenden Straftatbeständen ohne dass man jetzt einen zusätzlichen fünften Straftatbestand des Ökozids hinzufügt weil das wäre noch wenn man überhaupt das in Anbetracht ziehen sollte dann wäre das eine sehr lange Verhandlungsphase wo die Mitgliedstaaten das noch verhandeln müssen da muss es angenommen werden und dann muss es auch noch in Kraft treten und dann tritt es nur für die Staaten in Kraft die die Erweiterung auch ratifizieren also es eine komplizierte prozessuelle Lage so das in Anbetracht gezogen ist es doch wahrscheinlich sehr effektiv doch mal darüber nachzudenken was man mit den existierenden Straftatbeständen denn machen kann oder wie gesagt was man mit den nationalen rechtlichen Straftatbeständen machen kann und da kommt man auch schon relativ weit wie in der Ukraine das gerade eben angesprochen wird da werden viele Fälle kommen und es wird sehr interessant sein zu sehen wie sie dann auch strafrechtlich nachvollziehbar sein werden ganz kurz weil ich glaube das ist eine sehr wichtige Entwicklung also so auch zu sagen man kann diese Verbrechen ermitteln ohne neues Recht herzustellen und der Strafgerichtshof wird da auch ein Positionspapier im Herbst ausgeben und dann werden wir so Ideen daraus kriegen da bin ich mir sicher aber da muss ich dann auch sagen es gibt noch eine Möglichkeit diese Verbrechen zu ermitteln außerhalb Ukraine unter das das Prinzip von Weltrechtsprinzip also universelle Jurisdiktion und gerade in diesen in diese Frage ist Deutschland ein Führungsland also es gibt nirgendwo anders wo so viele Verbrechen Kriegsverbrechen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt wurde unter der Weltrechtsprinzip und dann auch also erfolgreich vor Gericht nachgefolgt werde und ich glaube es wäre wichtig wenn es da auch Druck geben gebe hier in Deutschland um zu sagen das sollte auch eine Priorität genau wie es für der ukrainische Staatsanwalt ist sollte es auch für der Bundesstaatsanwalt hier in Deutschland eine Priorität sein aber dafür braucht man Experten und andere noch also so noch noch mehr Leute im Ermittlungsbereich und das sind andere Leute die 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 schon nicht da sind aber das ist nicht zum ersten Mal dass das passiert also das hat man man musste auch neue Experten finden wenn man zum Beispiel Gewalt gegen Frauen ermitteln wurde oder oder Gewalt gegen Kinder oder oder Verbrechen die besonderes Waffensysteme beeinflusst oder wie sagt man das also dass das gerade so zum besondere gefährliche Waffen geht da brauchte man auch also Waffenexperten also gerade so diese Frage braucht man neue Experten und dann kann man das tun unter dieses Weltrechtsprinzip Okay also ich sehe dass Hermann was sagen möchte ich habe Alina aber ich möchte auch gerne mal von dir hören was du in dem Zusammenhang glaubst also ist es wie wichtig ist der Straftatbestand des Ökozids im Zusammenhang auch mit der internationalen Entwicklung für die nachhaltige globale Wirtschaft und dann komme ich auf Alina und Hermann zurück um auf die Fragen die ihr beantworten wollte dann weiter eingehen zu können Ja also das sind jetzt verschiedene Punkte aber ich denke dass ich hatte ja gesagt in meiner Einführung dass Umweltzerstörung die wir dann eben auch als Ökozid bezeichnen können ja häufig sehr viele Täter beteiligte Täter hat also die auch von woanders kommen als dem Ort an dem dieser Ökozid stattfindet und da wäre dann eben das wenn ich das richtig verstehe das Weltrechtsprinzip würde es erlauben Täter muss man ja haben den man anklagt und dann könnten eben beteiligte auch Unternehmen angeklagt werden hier für schlimme Folgen die anderswo aufgetreten sind weil eben Produkte beispielsweise genutzt wurden also wir haben ja aber ich denke es gibt auch also ich habe ich habe versucht mir Beispiele vorzustellen auf die das zutrifft ja und wir haben ja hier in Deutschland werden ja oder in Europa werden ja aber auch in Deutschland Pestizide hergestellt und exportiert die hier nicht angewendet werden können aber dafür bräuchte man weder den Ökozid noch das Weltrechtsprinzip um dagegen vorgehen zu können ja also deswegen finde ich es wichtig da auch präzise zu sein und zu sagen wo braucht man das wirklich weil es kein anderes Mittel gibt und da wären das dann wahrscheinlich Vorgänge die wegen ihrer Größe und wahrscheinlich Vorgänge die dann zum Beispiel nicht unter diese EU Richtlinie fallen die man da dann wo man dann ein anderes Prinzip braucht um hier eben auch rechtlich vorgehen zu können weil man es auch so einschätzt dass die Folgen einfach so schwerwiegend sind und so weitreichend das waren ja die Kriterien die Christina Fult genannt hat dass einfach ein Handeln jetzt erforderlich ist und eine Bestrafung erforderlich ist um das abzustellen aber ich glaube dass ihr dazu viel besser Auskunft geben könnt als ich das kann Hermann möchtest du dazu ein bisschen Auskunft geben und auch auf die anderen Punkte vielleicht ganz kurz noch mal zur Erläuterung einfach also die Wege um strafrechtlich jemanden zu verfolgen ist auf der einen Seite natürlich auf der internationalen und Lotte hat noch einen zweiten und es geht natürlich auch durch die Ukraine selber die machen ja die Untersuchungen und sie hat auf einen dritten Weg hingewiesen das sogenannte Weltrechtsprinzip und das bedeutet einfach dass deutsche Staatsanwaltschaften und Gerichte dann sich auch mit Taten befassen können die weder in Deutschland sich ereignen noch durch einen deutschen Täter oder Täterin weil das ist ja normalerweise Voraussetzung und kein deutsches Opfer sondern ein Kriegsverbrechen zum Beispiel was ja auch immer wieder vorkommt wo also jemand gefasst wird hier auf deutschem Boden der Kriegsverbrechen begangen hat in irgendeinem anderen Land an anderen Menschen bei ganz ganz schweren Straftaten ist es möglich dass in Deutschland solche Taten auch durch die deutsche Staatsanwaltschaft verfolgt wird und durch deutsche Gerichte abgeurteilt wird und das war dieser Weg der vielleicht auch zu einer sehr sehr besseren Strafverfolgung tatsächlich führen könnte wenn deutsche Staatsanwaltschaften oder der Generalbundesanwalt sich tatsächlich dessen annehmen würden ich halte das auch für einen sehr sehr guten Weg Alina möchtest du dazu auch noch was sagen ja ich wollte noch mal auf die Rolle der Unternehmen in diesem ganzen Spiel hier eingehen denn es ging immer darum wir wollen es abstellen zum Beispiel und wir haben Unternehmen die quasi von Leuten geleitet werden die dann besondere Verantwortung haben und diese Personen werden dann mehr oder minder erfolgreich im deutschen Kontext verantwortlich gemacht aber es sind ja eigentlich es sind also wenn man sich quasi die Kategorien von Leuten vorstellt die für solche Taten in Frage kommen dann sind das Individuen zum Beispiel die Unternehmen leiten sind die Unternehmen die alles zusammen das quasi ausführen sind Staaten die zum Beispiel dann die Zulassungen bestätigen und internationale Organisationen die zum Beispiel Gelder in eine gewisse Richtung leiten die dann zum Beispiel Schaden zur Folge haben darf ich das jetzt richtig verstehen dass das dann bedeutet und ich habe im Grunde genommen zwei Fragen zum einen darf ich richtig verstehen dass dann im deutschen Kontext es sehr schwierig ist die Individuen an der Spitze eines Unternehmens zur Verantwortung zu ziehen wir dementsprechend einen enormen finanziellen Schaden haben den ein Unternehmen tragen könnte auch aus der Sicht derjenigen die gelitten haben und dass dementsprechend entweder automatisch jemand verantwortlich gemacht wird was wahrscheinlich auch nicht der Fall ist wäre ja nicht gerecht und dass dementsprechend die Personen die dem Ganzen zum Opfer gefallen sind eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben dann kompensiert zu werden beispielsweise und zum Zweiten würde mich persönlich jetzt auch interessieren im Sinne der Riesenrolle die Unternehmen bei dem Ganzen spielen sie sind die Hauptakteure die solche transnationalen Verbrechen begehen die zum Beispiel dann unter Ökozid fallen würden ob die dann wenn man sagt man würde sie als natürliche Einheit auch oder als Einheit unter dem Recht verstehen ob diese Personen dann zum Beispiel auch für den Ökozid im internationalen Recht verantwortlich gemacht werden können Christina kannst du dazu eine Antwort geben und am besten noch eine ganz kurze naja am besten natürlich aber das waren das waren viele interessante Sachen ich meine im Völkerstrafrecht ist es die individuelle Strafverantwortlichkeit wie wir schon daraufhin angesprochen haben es sind nicht die Staaten es sind nicht die Unternehmen es sind individuelle Personen die die da strafrechtlich verfolgt werden können das schließt also schon mal einige der Kategorien aus die da eben die du genannt hast nach deutschem Strafrecht und nach europäischem Recht könnte das anders aussehen aber wie gesagt im internationalen Strafrecht ist das auf individuelle Strafbarkeit beschränkt ich wollte eigentlich noch ganz gern was anderes ansprechen und das ist das Verbot der Rückwirkung das ist nicht angesprochen worden bisher aber wir haben diese ganze Diskussionsrunde hier oder du hast die eröffnet mit dem Verweis auf die Klimaänderung und die großen Gefahren die dort auf uns zukommen und ich bin häufig gefragt wurden wie denn jetzt dieses dieser Straftatbestand des Ökozids im Völkerstrafrecht mit Klimafragen verbunden werden könnte und das ist nicht ganz so einfach vor allem wenn man auf bereits geschehene Klimagasausstöße greifen möchte und das sind ja die Verursacher der momentanen Veränderungen der Konzentration in der Atmosphäre und der Klimakonsequenzen die könnten zum Beispiel nicht aufgegriffen werden durch einen Straftatbestand der nicht rückwirkend angewendet werden kann aber wo natürlich ein Straftatbestand des Ökozids eingreifen könnte auf Klimafragen sind neue Projekte neue große Kohletagebau oder Ölproduktion oder was auch immer aber es könnten nicht die historischen Ausstöße aufgegriffen werden und das sind ja momentan die die uns wirklich Sorgen machen aber das wollte ich nur einfügen weil es bisher noch nicht aufgegriffen wurde ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall wie sieht denn das aus in Deutschland in Europa Imme Hermann könnt ihr dazu was sagen in Bezug auf die Frage wie jetzt Ökozid und die EU Umweltrichtlinie auf Klimafragen angewandelt werden werden können naja um es noch mal klarzustellen in der neuen Richtlinie steht ja nicht der Begriff Ökozid drin und auch vieles von dem was in der Definition enthalten ist fehlt da aber es sind Formulierungen drin die nahelegen dass man sich daran orientiert hat und dass hier also qualifizierte Straftatbestände erfasst werden sollen die eben ja so weitreichende oder so langfristige Folgen haben dass sie sonst nicht erfasst werden würden wir haben was was die Richtlinie nicht macht zum Beispiel ist eine Klarheit zu schaffen wie sieht eigentlich das Verhältnis aus zwischen Verwaltungsrecht also Umweltrecht und Strafrecht es gibt ich bitte dieses Wort zu entschuldigen aber das muss hier einmal fallen es gibt den Begriff der Verwaltungsakzessorietät das heißt strafbar kann in Deutschland nur sein was auch nach öffentlichem Recht illegal wäre wer also eine Genehmigung hat und die sich nicht erschlichen hat also mit falschen Angaben Lügen Erpressung wie auch immer wer eine gültige Genehmigung hat behördlicherseits der kann keine Straftat mehr begehen sondern der kann nicht strafrechtlich belangt werden und da versucht ja auch gerade dieser Ökozid diese Definition einzuhaken denn was in Brasilien ein Bolsonaro angerichtet hat das mag legal gewesen sein nach den dortigen Gesetzen aber dennoch ist es eine kriminelle Tat gegen die gesamte Menschheit die er dort vollbracht hat und er soll sich trotzdem dafür verantworten müssen obwohl es nach brasilianischem Recht legal war und das meine ich bringt tatsächlich dieser Straftatbestand des Ökozid zusätzlich auch hinein in unsere juristische Welt denn diese Verwaltungs Accessorietät verhindert tatsächlich dass viele zur Verantwortung gezogen werden weil sie sich auf eine Genehmigung berufen können die vielleicht fehlerhaft ist die hätte nicht erteilt werden dürfen aber er darf ihr trotzdem vertrauen und da meine ich muss tatsächlich auch nochmal nachgebessert werden wobei wenn ich vielleicht da ganz kurz einhaken dürfte das stimmt auf jeden Fall dass wenn es um brasilianische Aktivitäten geht dass dann das einfach mit dem Extraterritorialen ein Problem ist es gibt dazu eine Klausel die sagt die Mitgliedstaaten können das quasi auch beantragen bei der Kommission dass es quasi auch außerhalb des Staatsgebietes gilt aber es gibt ja diesen du hast das richtig gesagt wenn quasi eine durch Korruption eine sogenannte Zulassung erworben wurde die können wir nicht gelten machen aber es gibt auch diesen Zusatz von Substantial Legal Requirements der wenn diese dann verletzt werden dazu sorgt dass eine strafrechtliche Verfolgung trotzdem vorangehen kann und möglich ist und ich glaube hier kommen halt wieder Menschenrechte zur Frage denn dieser Substantive Legal Requirements ist so ein bisschen ein schwammiger Begriff in einer gewissen Weise und da habe ich mit einem Experten gesprochen und er meinte eben ja das sind Menschenrechte und zum Beispiel kann man da dann die Europäische Menschenrechtskonvention heranziehen die zum Beispiel mit Artikel 8 Factory also quasi eine Fabrik herum wohnt dass das Menschenrecht auf Familie durch die Verschmutzung von dieser Fabrik eben beeinträchtigt ist und dass dementsprechend diese Zulassung von dem Staat nicht korrekt gegeben wurde oder zum Beispiel in dem letzten Fall in den Niederlanden gegen Shell da ging es um die Frage hat Shell selbst eine Verpflichtung Menschenrechte zu beachten das ist ja meistens Menschenrechte gelten gegenüber Staaten nicht Individuen auch da hat das Gericht gesagt ja es gibt Soft Law also zum Beispiel die UN Guiding Principles die Menschenrechte beachten und die von der Firma akzeptiert wurden das bedeutet im Umkehrschluss dass diese Firma dann auch die Menschenrechte beachten musste Artikel 8 und deswegen war Shell in diesem konkreten Fall dann schuldig also glaube ich nicht dass diese administrative Accessorität nicht komplett adressiert wird aber es ist natürlich trotzdem limitiert es ist nicht voll autonom was natürlich beim Ökozid oder bei der Anerkennung des Ökozides essentiell und wesentlich wäre Lotte eine Frage an dich wie relevant wäre denn jetzt dieser internationale Strafgerichtsbestand Straftatsbestand für Länder die den internationalen Gerichtshof so nicht anerkennen also China USA zum Beispiel also welche praktische Relevanz hat das dann leider keine das ist so aber natürlich es hat eine Relevanz weil es wird es wird ein Standard setten die das peinlich macht und die das auch klar macht dass es eine kriminelle also eine Straftat ist Ökozid zu begehen und das wir haben das mit sehr vielen internationalen Recht gerade dass diesen drei großen Länder also Russland China und den USA sie ratifizieren einfach nicht internationalen Recht sehr wenig davon also so ein piecemeal approach dazu und das ist natürlich ein Problem aber wenn wir auf den warten müssen dann kommen wir nicht voran also das heißt wir müssen uns weiter nach vorn bewegen und wir müssen den dann nachholen also das ist nicht neu und das ist für Ecosid überhaupt nicht was Neues das ist für sehr viele Verbrechen der Fall wir haben dann natürlich auch und das hat sehr sehr viele Jahre gedauert also dass es internationale Verbrechen gibt die dann auch von diesen Ländern nicht ratifiziert wurde aber so jetzt der Status von Customary International Law Gewöhnheitsgericht hat und trotzdem dann verpflichtet das ist zum Beispiel der Fall mit Folter aber ja also der einfache Antwort ist ein neuen Ecosid Amendment zu internationalen Strafgerichtshof hat für diesen drei Länder natürlich keine Bedeutung immer was können wir denn sonst noch machen außer also wie kann was können wir denn noch sonst tun also was wir auch als Stiftung machen beispielsweise ist lokale Gemeinschaften dabei zu unterstützen ihre Rechte durchzusetzen also als ich in Mexiko war haben wir ein Dorf besucht auf dessen Grund eine Goldmine ausgebeutet werden sollte durch ein Unternehmen und sie waren dagegen weil diese Goldmine also diese Möglichkeit Gold abzubauen bedrohte direkt ihre Süßwasser ihre Trinkwasser Versorgung also da wurde ein Schürfrecht vergeben für also das hätte man eigentlich gar nicht zulassen dürfen also so etwas und wir haben dann ermöglicht auch also durch unsere Unterstützung dass eine Menschenrechtsorganisation die eben Rechtsberatung macht dieses Dorf dabei unterstützt hat eine Anklage zu erheben und das durchzuhalten und das hat zehn Jahre gedauert aber es ist verhindert worden und ich glaube dass das also eine ganz konkrete Möglichkeit ist also das Rechte die es gibt auch mit Leben gefüllt werden dass sie durchgesetzt werden und deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt wie wichtig es ist sich klarzumachen dass durch die Schwächung von demokratischen Institutionen eben gerade diese Möglichkeiten auch eingeschränkt werden und das macht den Unterschied zwischen einer völlig willkürlichen Regime einer Diktatur und einem demokratischen Staat wie Mexiko in dem es eben noch Gerichte gibt und auch Richter die das dann akzeptieren als Fall und das dann durch die Instanzen zu gehen und am Schluss doch zu gewinnen das ist jetzt ein positives Beispiel es gibt viele negative Beispiele wo das nicht gelingt aber diesen Kampf dürfen wir ja nicht aufgeben und das ist etwas was man ganz konkret tun kann ich würde nur hinzufügen zu was ich gesagt habe es gibt natürlich die Möglichkeit dass diesen drei oder dass zum Beispiel Firmen von diesen drei Ländern Ecosid Verbrechen begingen außerhalb die Grenzen von Russland USA und China in Länder die gerade also Mitglieder der internationalen Strafgerichtshof sind und dann können man das ermitteln das wird ja gerade auch in Ukraine passiert also wenn Russland jetzt oder russische Truppen und vielleicht ganz hoch nach oben also der russische Präsident gegen ihm gibt es ja schon einen internationalen Haftbefehl aber dann könnte individuelle Personen auch für Umweltzerstörung in Ukraine vor Gericht gestellt werden und das ist natürlich auch also unter das Ecosid wenn wir das bekommen dann könnte das auch passieren anderswo Alina das letzte Wort bevor wir einige Fragen vom Publikum nehmen können und wir laufen der Zeit hinterher ich weiß aber wir haben ja auch ein bisschen später angefangen vielleicht erlauben Sie uns etwas über die Zeit hinaus zu gehen Alina was können wir tun und vielleicht wolltest du noch über die EU Petition sprechen ach ja ganz genau also ich glaube wir haben verschiedene Dinge beleuchtet die man die man machen kann ich glaube was worin wir uns alle einig sind ist dass wir das Gesetz des Ökozids brauchen aber dass es alleine nicht genügt und dass es eben Gesetze und sorgfältige Umsetzung von der EU Direktive braucht dass es nationale Gesetze braucht dass es Leute gibt die quasi dann Klagen sammeln und und die Rechte einklagen und wie Leben füllen wie du gesagt hast aber dass wir quasi auch darüber denken welche internationalen Beziehungen wir eingehen welche Trade Agreements wir haben und welche Klauseln in diesen Agreements stehen und ich wollte jetzt ganz zum Ende nochmal über die Perspektiven derer sprechen die wir im Grunde genommen die ganze Zeit diskutiert haben und zwar der Menschen die wirklich darunter leiden aus dem globalen Süden und einfach auch deren Perspektive Raum geben und zwar habe ich mit Menschen aus Mali und aus unterschiedliche Einblicke gewonnen auf der einen Seite gab es die Person in Mali die eine lokale Umweltorganisation leite Amsatou Kone und er meinte dass er gerne mehr Kooperation hat das heißt es geht um die staatliche Gemeinschaft die wir haben und um die Unterstützung die besonders auch ehemalige Kolonien wünschen um quasi die Probleme die teilweise auch aus der Kolonialzeit stammen zu adressieren dann auf der anderen Seite haben wir Chile und Chile sagt der Ökozid ist super aber eher symbolisch was wir wollen ist dass wenn europäische Unternehmen in zum Beispiel die erneuerbaren Energien investieren und dafür Lithium in Chile abbauen dass bevor sie die finanziellen Unterstützung kriegen eingeschätzt wird welchen sozialen Einfluss und welchen Umwelteinfluss diese Unternehmungen dann vor Ort Post schon reduziert wird und ich glaube das können wir unterstützen diese Bedürfnisse indem wir diese Kampagne hier unterschreiben und es geht eben darum dass Stop Ecocide Deutschland an die EU glaube ich herantritt oder die internationale Gemeinschaft im besten Fall beide und den Ökozid unter Strafe stellen möchte ich hoffe das Wort war nicht zu lang genau fantastisch es funktioniert und also Sie können diese Petition auch unterschreiben wir haben noch Zeit für ein paar Fragen ich muss hinzufügen wenn Sie eine Frage haben und Sie Ihren Namen nennen wollen oder Ihre Organisation dann dürfen Sie das natürlich gerne tun aber dieser Veranstaltung wird aufgezeichnet und ich muss mitteilen dass das so ist also wenn Sie Ihren Namen nicht nennen wollen dann brauchen Sie das nicht tun und ich sehe hier eine Frage von dem Herrn da hinten und Oliver können zwei drei Fragen nehmen und dann vielleicht auch ein zwei Fragen vom Chat ich weiß nicht wie viele Leute uns hier zuhören die zugeschaltet sind insgesamt aber ich hoffe mal dass da einige Fragen kommen werden bitteschön Heiko Gulbe Südbrandenburg im letzten Beitrag ist es sehr gut herausgekommen Nachhaltigkeit ist in Einheit von Ökonomie Ökologie und sozialer Gerechtigkeit zu sehen die Komponente hatte mir bislang noch gefehlt Dankeschön aber ich denke Sie sehen das alle ähnlich nicken Sie mal bitte danke sehr schön also das war ein Kommentar bitteschön Hallo mein Name ist Moni die Turbine von Belomonte sind von Siemens gebaut und die Volkswagen in den 70er Jahren hat das Amazonsgebiet gestorrt und Menschen als Sklaven benutzt Ich kenne einen Menschen die dort gestorben und in ganz Nordamerika deutsche Firmen arbeiten zusammen mit Korrupt Politiker sie klauen Wasser und ich habe Mato groß gewohnt und mein Mann hat für eine deutsche Firma dort gearbeitet und das war für große Präsentation von Steuer der Mann hat mehr 40 Fazende dort gehabt er war sehr sehr gefällig dort und wir müssen weg heute wir sind nicht ich bin nicht hier und ich muss sagen wegen Lid und jetzt in Brasilien sie haben gefunden Minas Gereisen und Bayern die unsere Minister hier ist so schnell nach Belarus geflogen und hat dort nur mit korrupten Politiker gesprochen nicht mit Menschen die dort leben gut vielleicht nur ganz kurz dazu ich glaube Fernanda aus Chile hat das auch genauso erwähnt und hat eben dementsprechend gesagt dass es vielleicht zum Beispiel auch Sinn machen würde ein lokales Tribunal zum Assessment von EcoSide quasi zu installieren um eben auch mehr wie sagt man das Agency also quasi eigene Partizipation der lokalen Bevölkerung herzustellen und nicht quasi alles aus einem sehr eurozentrischen Winkel zu delegieren und umzusetzen ich weiß nicht ob das jetzt eine Frage beantwortet oder mag Sie hatten die Hand gehoben und dann der Herr da hinten vielleicht fangen wir nehmen wir beide Fragen gleichzeitig Oliver und dann können wir danach dann noch den Chat hören Hallo Johannes Zahnen vom WWF Deutschland ich arbeite am Thema illegale Holzhandel ich habe zwei Anmerkungen zum ersten bei der nationalen Gesetzgebung zur EU-Verordnung bei der EU-Verordnung gegen illegales Holz EU-Holzhandelsverordnung ist im deutschen Gesetz nach Angaben von Staatsanwälten die Formulierung zum Straftatbestand so formuliert worden dass Staatsanwälte damit nicht arbeiten können so dass man politischen Unwillen erkennen kann ich mache selbst seit 2009 Marktrecherchen und habe schon viele Anzeigen gemacht und ich muss sagen seit 2009 gab es keinen einzigen Fall die sind alle im Sande verlaufen bis hin zu Gorch Fock auf der Teak aus Myanmar verbaut wurde alles verläuft im Sande so dass ich sagen muss es gibt einen starken politischen Unwillen von dem heute noch nicht gesprochen wurde ich bin sehr dafür dass es neue Gesetze gibt und Ekozid aber das Problem des politischen Unwillens bleibt ja da und ich weiß nicht wie man das verbessern kann vielen Dank Vielen Dank und gleich weiter an die junge Dame Ich bin Arina Prüsch von Chile Union Berlin und ich hätte auch eine Frage und zwar was hätten eigentlich die möglichen legalen Konsequenzen für Russland sein und damit meine ich jetzt die Situation mit diesem Darm in Kahovka weil ich komme eigentlich selbst aus der Ukraine und da wurde auch meine Heimatstadt betroffen und ich finde dass die öffentliche Resonanz nicht groß genug war und jetzt haben wir immer noch kein Gesetz für Ekozid weltweit oder international und weil wir jetzt kein Gesetz noch haben was hätte man eigentlich jetzt machen können jetzt ohne den Gesetz wie hätte man dieses Problem sanktionieren können das wäre also meine Frage denn soweit ich gesehen habe an dem Tag als das passiert ist haben die Vereinten Nationen den Tag von russischer Sprache gefeiert also das fand ich jetzt nicht so richtig Danke Okay wir nehmen noch eine Frage und dann eine runde Antworten eine Frage aus dem Chat Ja wir haben in der Spitze rund 150 Leute im Chat gehabt und auch eine ganze Reihe von vielen spannenden Fragen einige haben wir schon beantworten können aber mehrere sind hier die wir gerne noch ins Plenum geben wollten zum Beispiel die folgende wie ist es mit Salamitaktik also zeitlich versetzte Schädigungen wie könnte man das ahnden wenn also bewusst die Schädigungen in der Zeit gestreckt werden und ein bisschen verwandt dazu ist die Frage wie können indirekte Effekte berücksichtigt werden also wenn eine Tat unmittelbar vielleicht nicht schwerwiegend ist wohl aber durch die entstehenden Schäden durch Kettenreaktionen beispielsweise besonders schwerwiegend werden könnte wie beispielsweise eine fremde Art irgendwo einzuführen und dann kollabiert über die Generation ein ganzes Ökosystem das sind so zwei verwandte Fragen die wir erstmal reingeben wollen würden fantastisch vielen Dank also ich die Frage nach Ukraine die würde ich dir geben Lotte und dann darf jeder von euch sich was aussuchen sozusagen von den Fragen die jetzt hier gekommen sind zum politischen Unwillen zur Frage der zeitlichen Versetzung oder indirekten Trickle-Down-Effekten zum Beispiel und Kettenreaktionen Lotte vielen Dank für die Frage und es tut mir wirklich leid zu hören dass du und dein oder sie und ihre Familie auch betroffen sind wie so viele Ukrainer also in Ukraine wird natürlich die die Menschen werden umgebracht sie werden verfolgt und der Natur wird auch zerstört alles ist drin mit diesen Aggressionsverbrechen was aber wichtig ist im Sinne von Ermittlungen und sie haben dazu gefragt ist dass wir brauchen keine Ecosid Verbrechen im internationalen Bereich um gerade dieses Kachowka Derms Zerstörung zu ermitteln und hoffentlich diejenigen die dafür verantwortlich sind auch vor Gericht zu stellen das kann durchaus unter existierenden internationalen humanitär Völkerrecht passieren und es passiert gerade jetzt ich bin mir sicher und vielleicht bin ich zu optimistisch aber ich glaube es nicht das wird eine von die ganz neuen Fälle und der erste Fall vielleicht von einem Verbrechen gegen der Umwelt als ziviles Gut das zerstört wurde und in diesem Sinne und da können wir auch Ukraine und ihre Bevölkerung und besonders auch ihre Zivilgesellschaft dafür danken dass sie diese Führungsrolle an sich genommen haben und ich finde es peinlich dass so viele europäischen Länder dahinter schleppt und das irgendwie nicht aufnimmt und sagen da sind wir auch dabei also da machen wir mit und da müssen wir auch zu Hause etwas regeln und deshalb habe ich auch vorgeschlagen dass das sollte eigentlich auch eine deutsche Prioritätsfrage sein darf ich nur sagen zu Ihrer Frage zum Deforestation Act und so wir wissen das das ist fürchterlich und ich kann nur sagen das geht zum was Hermann am Anfang angesagt hat Gesetz allein wird keine Änderung machen es braucht Druck 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 und das müssen wir alle irgendwie zusammen herstellen weil ohne diesen Druck dann passiert nichts und dann eine letzte Kommentar dazu es ist wichtig dass man in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern damit aufhört Klimaproteste und Proteste gegen Umweltzerstörung zu kriminalisieren das passiert und das ist einfach das ist nicht in Ordnung und das ist ein Angriff an unsere Demokratie das muss aufhören ja dieses Druck ist notwendig sehr gut Hermann bitte ja vielen Dank dass du daran erinnerst ich wollte auch auf diesen Unwillen eingehen auf der einen Seite ist klar wenn das Recht überhaupt irgendeine Wirkung haben kann dann nur in Staaten in denen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit herrschen ich glaube das sollte uns auch klar sein ich habe mich im Vorfeld der Europawahl sehr dafür eingesetzt dass die Umweltverbände und andere zivilgesellschaftliche Verbände das auch zum Kern ihrer Aussagen zur Europawahl machen Leute wenn ihr eine gesunde saubere Umwelt haben wollt dann müsst ihr dafür sorgen dass diejenigen Parteien nicht stark werden die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auch tatsächlich fördern das hängt unmittelbar miteinander zusammen also in autoritären Regimen in Diktaturen kann man mit den Mitteln des Rechts wenig ausrichten was aber jetzt auf der anderen Seite auch stimmt ist dass auch in Demokratien ja durchaus nicht immer das passiert was die Gerichte tatsächlich anordnen und großes Beispiel dafür ist eine Klage wo es um saubere Luft ging die dann beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof landete wo die Deutsche Umwelthilfe dann bis zum Europäischen Gerichtshof ziehen musste und der EuGH sich die Rechtslage in Deutschland mal angeschaut hat und gesagt hat das ist aber auf jeden Fall muss die Judikative also müssen Gerichte die Möglichkeit haben die Exekutive also die Regierung auch mit Zwangsmitteln dazu zu verpflichten bestimmte Dinge zu tun oder nicht da sind wir tatsächlich in Deutschland etwas hinterher das mag daran liegen dass wir davon ausgehen naja wenn die Gerichte was sagen werden die Regierungen sich wohl daran halten oder aber wir wissen alle es gibt eine gewisse Erosion auch des Rechtsbewusstseins vielleicht hat es ja auch schon immer gegeben und haben da muss nochmal nachgebessert werden in unserem Rechtssystem damit Gerichte tatsächlich die Möglichkeit haben nicht nur Strafzahlungen zu verpflichten gegen eine Regierung die nehmen das Geld aus einer Kasse und packen es dann in die andere Kasse wieder rein das juckt die nicht wirklich sondern tatsächlich auch gegen die ausführenden Organe Ministerinnen und Minister Zwangsmittel anwenden zu können wenn sie gerichtlichen Aufforderungen nicht Folge leisten Alina bitte ja ich glaube ganz kurz ich super tolle Beiträge ich finde da kann man gar nicht mehr noch sagen ich wollte nur auf die Frage zu der was mit so trickle down Effekt und was so über langzeit Verbrechen passiert es gibt zumindest in der Umweltdirektive zwei Arten von Verbrechen oder von Straftaten die die ein gewisses Resultat haben da bedeutet das ist quasi dann 100% oder gar nichts das heißt auf dem Weg dahin kann diese Straftat dann noch nicht geahndet werden es gibt aber auch Verbrechen die eben quasi auf dem Weg dahin schon Straftaten sind weil die also quasi Result Crimes und Effect Crimes oder quasi so diese ja ich glaube alle verstehen was ich meine und ich glaube dass die das Ökozid vielleicht auch dass das quasi so eine Limitation dieser Definition ist wenn ich das richtig verstehe dass wir auf das Problem warten müssen es dann passiert und wir es dann feststellen wir vielleicht politisch vorher Druck machen können aber juristisch vielleicht dann noch nicht da muss mich Christina Vogt dann auch korrigieren wenn ich da jetzt gerade falsch liege und das ist halt das Problem von Recht dass man immer nur ahnen kann was da ist und dass wir dementsprechend quasi den Schaden wollen wir ja nicht wir wollen ihn ja verhindern und natürlich ist eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren für den CEO ein Riesenproblem und er wird hoffentlich oder sie oder diese Person dann davon abhalten das zu tun aber es kann eben auch nicht sein und dementsprechend brauchen wir eben auch Alternativen und zum Beispiel sowas wie Due Diligence oder Verträge zwischen Staaten die solche Dinge auch vorher vorbeugen Christina wolltest du dazu noch etwas erweitern recht kurz ja ganz ganz kurz in der Tat diese vorgeschlagene Definition ist ein wie kann man das sagen Endangerment Verbrechen also wo mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Umweltschädigung herbeigeführt werden könnte durch die Straftat oder durch die Handlung also es muss noch nicht zum Schaden gekommen sein es wäre also kein Resultat Verbrechen sondern es ist wirklich die Handlung die da hinführen könnte wenn denn die Definition wie wir sie vorgelegt haben aufgegriffen werden sollte aber das wissen wir noch nicht ich hatte noch einen ganz kurzen kleinen anderen Kommentar der dahin zielte es gab eine Frage was ist denn der zusätzliche Wert einer internationalen Gerichtsbarkeit Strafgerichtsbarkeit für Umwelttinder das Ökozid aufgreifen würde und eine wichtige Rolle spielt natürlich ein internationaler Gerichtshof Strafgerichtshof wenn in den nationalen Gerichten entweder eine Strafverfolgung nicht möglich ist so wie zum Beispiel in Brasilien die rechtlichen oder die legalen Abholzungen nicht verfolgt werden konnten oder können oder wenn es nicht gewollt ist wo man jetzt einfach sagt man will das nicht verfolgen in diesen zwei Situationen ist natürlich ein internationaler Strafgerichtshof etwas was diese Lücke ausfällen könnte wenn natürlich die Staaten dann auch Länder sind die sich da anschließen aber das ist natürlich auch noch eine interessante Konstellation wo es nicht gewollt ist oder nicht gekonnt ist in der nationalen Gerichtsbarkeit dass man dann eine zusätzliche Stufe hat wo man die Strafverfolgung herbeiführen könnte Vielen Dank Du wolltest noch was zum Lithium-Abbau sagen und bleiben Sie bitte noch sitzen wir haben noch eine ganz kurze Schlussrunde wo jeder von den Teilnehmern in einem Satz im Prinzip sagen kann was die Kernbotschaft ist die Sie möchten dass das Publikum Sie also mitnehmen und also bleiben Sie bitte noch eine Weile da ich sehe schon einige Leute müssen leider gehen aber vielleicht können Sie ja noch ein paar Minuten länger bleiben Ja ich wollte zum Lithium-Abbau noch was sagen weil es natürlich problematisch ist wenn ein positives Ziel hier also eben die Autoindustrie umzustellen vom Verbrenner auf Elektromobilität extern also anderswo bezahlt wird mit einem Lithium-Abbau der sehr zerstörerisch ist und keine sozialen Nutzen vor Ort hat und das rechtfertigt es nicht das wäre ja es ist ja auch die Tradition dass wir Rohstoffe aus anderen Kontinenten beziehen weil wir auch Rohstoffe die wir hier abbauen könnten und hier einen umweltverträglichen und sozial nützlichen Abbau zu gestalten ist auch hier sehr sehr anspruchsvoll es gibt auch eine Initiative um das Bergbaurecht hier zu verändern weil das Bergbaurecht so alt ist dass es das noch gar nicht erfordert und ich denke dass es wichtig ist diese Herausforderung anzunehmen und sich vor ihr nicht zu drücken und deswegen ist zum Beispiel also in Chile gibt es ja die Lithium-Strategie von der Regierung die sagt Lithium-Abbau gebinden an Nutzen für Einbeziehung der lokalen Communities also ihre Rechte die sie haben zu respektieren einen sozialen Nutzen vor Ort zu haben was ja in der Regel bei Bergbau nicht der Fall ist immer nur Schaden auch einen großen Teil der Salare unter Schutz zu stellen aber auch in die Weiterverarbeitung vor Ort einzusteigen also eben diesen Status als reiner Rohstoffexporteur den zu verlassen und das sind alles Forderungen letztlich eben auch an ausländische Direktinvestitionen denen man entsprechen muss nun ist es aber so dass das einzige Unternehmen das tatsächlich einen Vorschlag hat um Lithium vor Ort zu verarbeiten in Chile ein chinesisches ist also kein europäisches und das und ich denke es wäre eben sinnvoll die Kooperation mit Chile auszudehnen so dass eben Umweltbehörden gestärkt werden dass Technologietransfer technologisches Wissen da ist dass das Institut für das Lithium ausgestattet wird um da eben auch chinesische Unternehmen zu überwachen und Forderungen an sie zu stellen also es nicht immer nur an europäische Unternehmen zu binden das wäre glaube ich sehr wichtig glaube ich auch okay also das Schlusswort ich fange mit Christina an und dann Lotte Hermann Alina und das Schlusswort wird dann immer haben die auch diese Veranstaltung dann schließen wird Christina ein Satz zwei Sätze was ist die Kernbotschaft für dich ich glaube wir sind in der Ära des Rechts angekommen wenn es um den Umweltschutz geht das Recht steht wirklich im Zentrum ob es jetzt das internationale Recht ist das nationale sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Rechtsetzung und wir als Experten aber auch jeder jeder Bürger sollte wirklich das Recht nutzen zu dem größtmöglichsten Momentum um den Umweltschutz voranzutreiben weil das ist wirklich das wichtigste Instrument was wir haben Vielen Dank Lotte Ich glaube wir sind auf einen Punkt angekommen auch in diesen Diskussionen wo es wirklich unmöglich sein sollte zu argumentieren dass Staaten innerhalb ihr eigenes Territorium Regeln Regeln machen können was alle andere Länder und Menschen betrifft also diesen extraterritorialen Verpflichtung glaube ich muss wirklich auf Common Sense im Kopf reinkommen weil der Klimawandel kennt keine Grenzen und wir sind alle betroffen und wenn ich mir etwas wünsche dann ist das dass das auch politisch wirklich hier in Deutschland besonders von den Grünen die ja in Regierung sind anerkannt wird also auf den Punkt und dass man sich dann darauf einstellt wie man sie benehmt und natürlich dann dass man auch befürwortet dass jetzt eigene Generalbundesanwalt tatsächlich auch diesen internationalen Verbrechen die sehr grob sind aber Verbrechen gegen der Umwelt auch ermittelt und ermittelt im Einklang mit geltendem Recht dazu brauchen wir nicht neues Recht Fantastisch Hermann Ja ich möchte Christinas Appell nochmal verstärken toll dass Sie dabei sind dabei waren bei manchmal etwas trockenem Thema Verwaltungsakzessorietät ich erinnere daran nehmen Sie das Recht ernst nutzen Sie es es gibt ein berühmtes Bonmot das einzige was einen Staat von einem Räuberhaufen unterscheidet ist die Geltung des Rechts ansonsten gilt das Recht des Stärkeren achten Sie das Recht nutzen Sie das Recht es kann eine sehr sehr scharfe und wirksame Waffe sein zur Durchsetzung von Interessen aus der Gesellschaft Interessen der Natur also alle denjenigen die nicht unbedingt zu viel Macht haben vielen Dank okay fantastisch Alina bitte erst mal danke für alle die da sind und für die tollen Speaker es hat wirklich Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt und ich glaube wenn ich eine Sache sagen würde ist dass ich der festen Überzeugung bin dass Recht gerecht sein sollte und dass der Ökozid eine Möglichkeit gibt es gerechter zu machen und dass der Ökozid aber nicht alleine ist also die Definition in den juristischen Möglichkeiten die wir haben um Recht gerechter zu machen um intergenerationale Gerechtigkeit anzusprechen koloniale Gerechtigkeit indigene Bevölkerung all diese Probleme müssen wir ansprechen und all diese Probleme fallen unter den Ökozid und deswegen brauchen wir ihn guter 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 Appell immer bitte das Schlusswort ja ich schließe mich meinen Vorredner an ich bedanke mich auch für das große Interesse das konzentrierte zuhören was ich also du hast gesagt wir brauchen den Ökozid wir brauchen den Straftatbestand weil den Ökozid haben wir ja leider schon aber ich möchte noch mal betonen wie wichtig es eben dafür auch ist demokratische Institutionen zu nutzen und zu verteidigen und ich stimme dir zu dass eben dazu auch gehört die Kriminalisierung von Protest der Einhalt zu gebieten weil wir diese diese Protest diesen Protest brauchen wir werden immer stärker in Dilemmata Situationen kommen das ist so weil wir so lange handeln verzögert haben und ich denke dass dieses Konzept des Ökozids eine scharfe Waffe ist die wir nutzen sollten es ist aber auch wichtig das Instrument der Rechte der Natur aus meiner Sicht dafür auch zu nutzen um eben dieses positive veränderte rechtliche Verhältnis zwischen menschlichem Leben und anderen Lebensformen um das festzuschreiben und rechtswirksam zu machen denn ich kann das nur nochmal sagen wir brauchen die anderen Lebensformen die anderen Lebensformen brauchen uns nicht und das stellt eine ganz andere Anforderung an die an die ethischen Überlegungen die Rechte und auch Recht Nutzung Rechtsetzung Strafverfolgung erfüllen müssen aber was eben auch am Anfang von Strategien stehen muss die wir in der Politik und in der Gesellschaft beschreiben wollen vielen Dank ja dann eine runde Applaus bitte ich bedanke mich für die Teilnahme fürs aktive Zuhören für die Fragen und dass sie bei uns geblieben sind das war in meinen Augen sehr interessant und sehr wichtig ich glaube wir müssen noch viel mehr tun ich kann jetzt nichts mehr dazu sagen ich denke die Schlussworte die Appelle sind ausreichend und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hoffentlich hat diese Diskussion Sie angeregt weiter darüber nachzudenken und Fragen zu stellen und möglicherweise auch Antworten zu suchen vielen Dank Wiedersehen Applaus